Einen wunderschönen guten Tag meine Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Garnikus-Podcasts. Insgesamt ist er schon zum vierten Mal zu Gast in diesem Format, aber ihr habt alle Max Matzen geschrien. Ich höre ihm auch sehr gerne zu und demzufolge ist er heute mal wieder am Start. Max, erstmal vielen Dank für deine Zeit und nach langer Abstinenz herzlich willkommen zurück im Garnikus-Podcast. Ja, was geht ab? Hi, freut mich, dass ich wieder zurück bin. In letzter Zeit habt ihr ja quasi das ganze Raster meiner Athleten schon im Podcast gehabt und jetzt darf ich auch mal wieder. Ja, die natürlich alle nur voller Lob für dich waren, muss man sagen. Ja, die haben, stimmt, die haben nicht so viel Schlechtes über mich erzählt. Ja, das gibt es wahrscheinlich auch nicht. Die werden sich hüten, falls es was geben sollte. Gucken wir mal, ob ich mich ja heute selber in die Scheiße reite. Das schaffe ich ja ab und an mal. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute die Zeit gefunden hast. Ich weiß gar nicht, ob du das noch auf dem Schirm hast, aber du warst ja tatsächlich damals mit der erste externe Gast, der sich zu mir in den Podcast gesetzt hat und das hat mir im Nachhinein, muss man sagen, den Einstieg sehr vereinfacht und so ein bisschen auch den Weg geebnet. Nee, das habe ich überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Ich weiß nur, dass der erste Podcast, den ich gemacht habe, da gab es es noch nicht als YouTube-Format. Da war das ein reines Audio-Format, glaube ich. Und nicht ich, der den geführt hat. Nee, das war der Arman oder so. Genau, Arman damals. Arman, ja. Da war ich so, das ist aufgeregt noch vorher. Das weiß ich noch. Ja, das war auch mein erster Podcast, den ich jemals irgendwo, da gab es auch den TMH-Podcast nicht und so weiter. Das ist schon echt ziemlich lange her. Das war 2019, glaube ich. Nee, das muss länger her gewesen sein. Sicher? Ja, 2019 gab es ja den TMH-Podcast schon. Das ist noch länger her, glaube ich. Dann 2018. Kann auch sein. Die Zeit verfliegt teilweise. Ich weiß es auch meistens gar nicht mehr so genau. Man muss aber ja die Props und den Dank dann mal aussprechen, wenn wir hier schon zum wiederholten Mal eine Folge zusammen machen. Das hat mich damals in meiner Anfangszeit schon so ein bisschen geehrt, dass einfach die Zusage kam. Du warst damals sehr unkompliziert, Alex übrigens auch. Und das war so mit der Anfang meiner Podcast-Zeit. Ja, ist viel passiert seitdem. Auf jeden Fall vielleicht mal ganz allgemein vorneweg. Was macht die Gesundheit? Was macht die Erkältung? Geht es dir besser? Bist du im Vollbesitz deiner Kräfte? Also ich bin auf jeden Fall noch ein bisschen verrotzt und auf Antibiotika, aber auf dem Weg der Besserung, würde ich sagen. Mir ging es am Wochenende, als die Arnolds waren, da lag ich mit fast 40 Fieber auf dem Sofa, habe mir das Spektakel nachts trotzdem angeguckt. Und das hatte ich auch schon wirklich lange nicht mehr, dass ich so richtig, richtig, richtig krank war, so dass man mal irgendwie so eine Erkältung ewig mit sich rumschleppt und so, das kennt man ja. Aber da hat es mich so aus den Latschen gehauen. Aber ja, jetzt auf dem Weg der Besserung. Ich sehe noch aus wie so ein Penner, weil ich es die Woche nicht zum Friseur geschafft habe. Also shame on me, aber das Bild müsst ihr jetzt hier ertragen. Ja, es geht auch nur darum, was du sagst und gar nicht mal so darum, wie du aussiehst. Ja, zum Glück. Haben wir heute irgendwelche Tabus? Ich weiß, normalerweise frage ich das immer vorher und nicht im Podcast, aber ich habe das irgendwie bei dir nicht für nötig gehalten. Ja, über Anabolika möchte ich nicht reden. Dann lass uns direkt wieder aufhören. Nee, ansonsten Feuer frei, hau raus. Ich habe dir das ja schon vorab angekündigt. Wir machen so eine Art Q&A draus heute, weil einfach so viele Fragen reinkamen. Ich habe mal die besten circa 25 rausgesucht und versuche das dann, wenn nötig und gewollt, noch zu ergänzen. Ja, weißt du, für mich ist das voll angenehm, in einem anderen Podcast-Format zu sein, weil ich mich auf nichts vorbereiten musste. Ich dachte so, ich setze mich hier jetzt rein. Der Daddy, der hat einfach seinen Plan, der macht das schon. Ich antworte nur und dann läuft der Laden. Ich bin ja eigentlich so ein kleiner roter Faden-Fetischist. Also ich bin da wirklich so ein bisschen Autismus angehaucht, weil wenn ich das nicht so konzeptionieren kann, wie ich das eigentlich sonst mache und so ein Q&A habe, irgendwie stimmt mich das manchmal nicht ganz so positiv. Aber es war echt so viel an Fragen in diesen Stickern drin, dass ich mir dachte, komm, wir machen das für die Leute. Wir machen das ja nicht für mich. Ich kann dich auch privat fragen, wenn ich irgendwas wissen will. Also lassen wir heute mal die Leute bestimmen, was gefragt wird. Was sehr viele Leute wissen wollten, lass uns damit anfangen. Bist du der neue Coach von Tim Budesheim? Nein, ich bin nicht der neue Coach von Tim Budesheim. Ist das noch gar nicht bekannt, wer der neue Coach ist? Nein, aber ich wollte dich fragen, ob du es auch weißt. Ich weiß es nämlich. Ich weiß nicht, ob die wollen, dass wir es sagen. Ich weiß das schon, aber ich hau Tim jetzt nicht schon wieder in die Pfanne. Irgendwie der Most Hated Podcast, seitdem Ben anwesend ist, hat sich ja irgendwie so zur Leak-Zentrale entwickelt, dass wir zumindest immer irgendwie die Infos aus dem ESN-Lager, die noch nicht nach außen dringen sollen, irgendwie den Leuten mal um die Ohren hauen. Das finde ich relativ lustig. Im Fall von Tim war das aber überhaupt gar keine Absicht, dass das irgendwie passiert ist, weil ich dachte zu dem Zeitpunkt, das ist wirklich schon publik. War es halt nicht. Und ich wollte Tim damit sagen, ich wollte ihm da überhaupt nicht mit ans Bein pissen. Ich habe überhaupt gar kein Problem mit Tim gehabt. Was dann aber zu einer lustigen Situation geführt hat, dass ziemlich viel Traffic entstanden ist. Und ich weiß, Tim hat so eine Umfrage gemacht, wen er denn als neuen Coach haben sollte und hat das tatsächlich hochgeladen. Und es waren irgendwie 70 Prozent der Stimmen waren, geh zu Max Matzen, geh zu Max Matzen. Sehr witzig. Ich kriege gerade einen Anruf, aber der muss ich leider canceln. Aber nee, ich bin es nicht. Und ich denke, das gab auch tatsächlich vom ESN-Lager einen relativ großen Dämpfer, so in die Richtung, dass da auch gar nichts zu, nicht mal Gespräche zustande gekommen sind. Das wird dir teilweise genauso gehen wie mir. Du hast so viel Kontakt mit Menschen hinter den Kulissen, dass du manchmal gar nicht mehr weißt, was ist jetzt publik, was hast du bloß aufgeschnappt, was hast du in dem öffentlichen Format gehört. Ich musste neulich erst noch überlegen, ist diese Trennung von Stefan schon publik? Ja. Und dann wusste ich nicht, soll ich das jetzt irgendwie spontan in der News-Folge noch erwähnen oder lieber sein lassen? Ich habe es dann wirklich lieber sein lassen, um dann zu sehen, dass ich darüber schon eine News-Folge gemacht hatte, weil ich habe es einfach vergessen. Ja, fühle ich wirklich, ich fühle das. Ja, weil die Leute immer denken, man macht es absichtlich, aber es ist teilweise wirklich keine Absicht. Du weißt einfach nicht mehr, mit wem du worüber öffentlich oder privat geredet hast. Ja, vor allem irgendwie, wir bewegen uns ja auch so nur in diesem Dunstkreis. Heißt, das sind so irgendwie verschwimmende Linien. Insofern, ja, kann schon mal passieren. Ja, würdest du denn sagen, die Wahl, die er getroffen hat, ist vernünftig? Ja, das ist gut. Ja. Ich glaube, wenn es irgendwo dran gescheitert ist, in der Vergangenheit bei Tim waren es auch tatsächlich eher nicht die Coaches, sondern Tim. Mhm. Also, glaube ich. Gut, die Genetik hat der Kerl offensichtlich. Ja. Heißt, was das angeht, bringt er alles an Tools mit. Und er wird auch so seine Eigenheiten mit sich bringen als Athlet, die ihn nachher relativ schwierig coachbar machen. Und da ist dann auch egal, wer Hand anlegt sozusagen. Ich glaube, Tim ist sehr lange seine Ruhe vorausgeeilt. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich hatte das in der Schule damals. Ich war sehr gut in der Grundschule, sehr gut noch die fünfte, sechste, siebte Klasse. Und dann ging es irgendwann los, dass man lernen musste. Und ich habe nie gelernt zu lernen. Und auf einmal war ich schlecht. Und bei Tim ist ja auch so, war das große Talent bei den Junioren krass, Newcomer krass. Und dann wurde es schwieriger. Das ist das, was die Leute nicht verstehen. So Leute mit extrem guter Genetik, und davon kenne ich inzwischen wirklich viele, sind ganz, ganz oft, die sind an dem Punkt, wo sie hingekommen sind, quasi aus Versehen gelandet. Und die haben dann sowas wie zum Beispiel, keine Ahnung, Deutscher Juniorenmeister werden. Das ist für viele Leute fast ein Lebensziel, eine Lebensaufgabe. Dafür müssen die sich den Arsch aufreißen, wie auch immer. Aber jemand, der später auf einer Mr. Olympia-Bühne stehen kann, der wird deutscher Juniorenmeister aus Versehen. Also da kann der 80 Prozent aller Dinge falsch machen, die man richtig machen kann. Und der landet da trotzdem und sieht besser aus als alle anderen in diesem Jahr in Deutschland oder in dem Land. Und das geht auch, selbst in der Profiliga geht das noch relativ gut weiter. Also diese genetische Diskrepanz zwischen Leuten, die nachher bei Mr. Olympia sich gut platzieren und Leuten, die eine deutsche Meisterschaft oder eine Pro-Kart gewinnen, ist so geisteskrank. Also ich kenne das selber. Ich kenne super viele extrem gute Athleten, die teilweise nicht richtig trainieren können, die absolut die katastrophalste Arbeitsmoral haben, wenn es ums Essen geht und so weiter. Und da wundert man sich, warum das trotzdem teilweise die am besten aussehendsten Menschen sind, die man kennt. Wo wären die, wenn sie alles richtig machen würden? Dann switch mal den Schalter. Switch mal den Schalter dann, wenn sie möglich merken, um noch weiter, um noch höher hinauszukommen, müsste ich jetzt eigentlich Präding mehr lernen. Ist genau, ist denen schwierig zu erklären, weil für sich haben die ja alles richtig gemacht und wären sie ja offensichtlich nicht da, wo sie sind. Und dass die Leute dann nicht begreifen, dass es vielleicht tatsächlich noch mehr bedarf, um ganz oben hinzukommen, ist schwierig. Jetzt wirst du nicht der neue Coach von Tim Budesheim, was aber auch viele gefragt haben, bist du der neue Coach von Fabian Mayer? Auch der Coach bin ich nicht. Wir haben, es kann ich jetzt, wann kommt der Podcast raus? Der hat eine Woche Verschiebung, also der kommt tatsächlich jetzt erst in anderthalb Wochen raus. Okay, dann, wenn ihr den Podcast seht, dann habt ihr das Leak sowieso schon gehört im TMH-Podcast. Der neue Coach von Fabian Mayer ist Patrick Thur. Habe ich auch schon gehört tatsächlich, ja. Gute Wahl für den Klassik-Physik-Athleten. Allgemeine gute Wahl. Patrick Thur ist ja schon so ein bisschen in die Kritik geraten, habe ich so das Gefühl. Ja, der hatte so eine kurze Hochzeit. Da hat er so einen kurzen Hype genossen, wo er mit Ian und so sehr erfolgreich unterwegs war. Aber ich bin selber, würde ich auch sagen, eine Zeit lang sehr angetan gewesen von dem, was er gemacht hat, weil es sehr gut durchdacht war. Und dann sind mir aber auch so bei dem paar Dinge aufgefallen, die echt absolut unschlüssig waren. Erstens hat er, nachher, der hat auch mindestens genauso viele Athleten verkackt, wie er gut auf die Bühne gestellt hat. Das muss man mal dazu sagen. Also nur weil ein Coach einen guten Athleten hat, heißt das noch lange nicht, dass er mit allen Athleten einen guten Job macht. Dann ist mir damals, als er bei uns im Podcast war, da hat er zum Beispiel ausführlich über sein PCT-Protokoll geredet, was ich absolut hirnrissig finde, was er da von sich gibt. Auch sein SST-Training, das ist mehr Schein als Sein, das hat mich so ein bisschen an dieses MTUT-Training erinnert, mit dem kleinen Unterschied, dass Patrick deutlich ein bisschen schlauer ist als Dennis James, was Trainingslehre angeht und besser reden kann. Aber wenn man da mal ein bisschen tiefer reinguckt, merkt man eigentlich, dass das auch eigentlich ziemlich viel Quatsch ist und auf jeden Fall nicht übermäßig gut wissenschaftlich ist, was er da macht, auch wenn er gerne so tut. Und dann weiß ich von Athleten, von Patrick halt, dass auch teilweise die Aussagen, die er trifft, überhaupt nicht mit dem Übereinstimmen, was er macht mit den Athleten. Und das kannst du gerne auch alles machen, wenn dann deine Athleten alle Bomber aussehen, was sie aber nicht alle tun. Dementsprechend würde ich eher sagen, für einige Athleten bestimmt eine gute Wahl, wenn er Bock auf die hat und sich mit denen gut auseinandersetzt. Aber mit Sicherheit nicht für jeden. Heißt bei Fabian Meier, keine Ahnung. Ich denke, bei Fabi kann man sowieso als Coach relativ wenig falsch machen, weil der hat so viel Muskulatur. Das heißt, um den in die Classic-Physik zu kriegen, bleibt dir gar keine andere Wahl, außer den gnadenlos runter zu prügeln. Das heißt, der wird immer in Shape sein auf der Bühne. Und wenn du dann nicht was völlig Bescheuertes machst beim Laden und Entwässern, wird Fabi immer ungefähr gleich und immer ziemlich solide gut aussehen. Ja, Punkt. Hätte dich das gekitzelt, so einen Fabian Meier zu trainieren? Ich sage es dir ehrlich, ich habe kurz darüber nachgedacht, ob ich Fabi tatsächlich mit Fabi Kontakt aufnehme. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich bringt es mir einen Scheiß, weil Fabi wird unter mir nicht besser aussehen, als er bei Stefan aussieht. Mir würde nichts einfallen, was ich mit dem groß anders machen würde, weil wir haben halt einfach dieses Gewichtslimit. So, wo ist dann der große Mehrwert? Klar, es wäre ein weiterer guter Athlet, den ich mir irgendwie auf die Fahne schreiben könnte, aber ich könnte mir nicht auf die Fahne schreiben, dass er bei mir auf einmal besser aussieht, eine andere Platzierung kriegt. Was willst du sonst machen mit dem? Den ins Bodybuilding stecken, dafür fehlen dann wieder irgendwie 15 Kilo. Das wird auch nicht mehr passieren. Also, nee, bin ich auch jetzt nicht traurig drum. Dann können wir die Überleitung machen. Stefan, du hast gesagt, der Stefan hat den gut auf die Bühne gestellt. Was ist deine ehrliche Meinung zu Stefan Kienzel? Wollten auch sehr, sehr viele Leute wissen. Ich habe eine relativ hohe Meinung von Stefan, auch wenn das ziemlich viele Leute mir irgendwie immer in den Mund legen wollen, dass das nicht der Fall ist, weil ich halt trotzdem ab und an mal Kritik übe. Aber ich weiß nicht, in was für einer weichgespülten Gesellschaft wir sind, dass man nicht auch mal jemanden kritisieren kann, der vielleicht schon mehr erreicht hat als man selber. Und wenn man nicht selber als irgendwie halbwegs erfolgreicher Coach einen Coach kritisieren kann, wer darf das denn sonst? Also, da muss dann ja erstmal jemand mit noch mehr Expertise als ich kommen, der Stefan kritisieren darf. Ansonsten dürfte den ja gar keiner kritisieren. Das erstmal dazu. Stefan hat halt so einfach seine Methode. Der macht mit allen Athleten fast exakt dasselbe. Das funktioniert auch fast immer. Ich finde, das ist nicht immer der schonendste Weg. Ich finde, bei Stefan wachsen Leute schlecht. Also in der Off-Season gibt er sich meiner Meinung nach wenig Mühe. Dafür nailt er das in der Prep fast immer. Gnadenlos. Nicht auf die gesündeste Art und Weise. Aber er bringt seinen Athleten eigentlich immer beinhart in Form. Deswegen spielt Stefan diese Classic Physik sehr gut in die Karten. Wegen dem Gewichtslimit. Heißt, er kommt nicht in die Bedrohung, sich rechtfertigen zu müssen, warum ein Athlet auf einmal jetzt irgendwie 10 Kilo weniger Muskeln hat. Heißt, wenn ihr genau in diese Kategorie passt, ist Stefan Bombencoach für euch. Da wird nichts verrücken. Der wird keine Experimente machen. Und ihr könnt davon ausgehen, dass er euch sehr konstant immer in Top-Form irgendwo hinstellt. Und das ist auch, also das ist was offensichtlich. Erfolg gibt ihm recht. Wenn ihr ein, irgendjemand seid mit einer mittelmäßig guten Genetik und ihr werdet nicht oben mitspielen, ist Stefan Kinzel wahrscheinlich nicht der beste Coach für euch. Weil er wird mit euch auch dasselbe machen. Das Problem ist aber, wenn man irgendwie 400 Athleten hat, wird die persönliche Betreuung nicht wahnsinnig gut sein. Und dementsprechend wird, wenn ihr zu den Leuten gehört, die halt keine Bombengenetik haben und jetzt nicht wahnsinnig gut auf seine Protokolle reagieren, da wenig Interesse von Stefan kommt, was zu ändern, nur damit es besser funktioniert. Das ist dann in dem Fall zu viel Aufwand. Das wäre so meine Kritik eigentlich an Stefan. Bei mir ist es ja auch so, ich sehe ihn einfach wie sehr viele Leute super differenziert. Und ich glaube, dass gerade in diesem ESN-Konglomerat der ein oder andere sehr hoch gejubelt wird zum Star und da ein sehr, 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 sehr positiver Tenor herrscht. Und wenn dann einer einfach bloß mal differenziert sich mit der Sache auseinandersetzt, dann wird das direkt als Schlechtreden, als maßlose Kritik, als Hate teilweise abgestempelt, was ja gar nicht so ist. Ich würde sagen, die Härte trifft er ja immer zu 100 Prozent. Was ich auch bei Fabian und auch bei Urs finde, ist, die könnten ein bisschen praller sein. Ja, obwohl ich finde, Urs ist ja mein Lieblingskandidat, mit dem ich ja persönlich immer mal aneinander gerasselt bin. Aber ich finde, Urs hat jetzt trotz seiner Magengeschichte bei einer Arnold Classics ein Bombenpaket auf die Bühne gebracht und zwar ein besseres Paket als bei der Olympia. Der war deutlich praller. Ich fand, der war praller, aber nicht so signifikant, ehrlich gesagt, irgendwie. Zumindest nicht im Prejudging. Im Finale fand ich es besser. Ich habe keine Fotos nebeneinander gelegt. Das ist jetzt hier quasi mein Eindruck, den ich von den Livestreams und vom Video, vom direkten Gucken hatte, dass er massiver aussah. Ich glaube, er war auch einen Ticken schwerer. Aber ist auch, wie gesagt, der hatte ein starkes Handicap. Also er hat wahrscheinlich viel weniger Zeit gehabt zum Laden und so weiter. Und ich finde, dafür war das Paket wirklich, wirklich gut. Definitiv. Das wollten auch viele wissen hier. Wenn du dich selbst einschätzen müsstest, ist deine Meinung zu Urs noch sachlich? Hat das jemand formuliert hier? Ja, ich glaube tatsächlich, ist meine Meinung zu Urs ziemlich sachlich auf fachlicher Ebene. Ich habe auch mit dem menschlich eigentlich kein großes Problem gehabt, außer, dass er mir einmal mal richtig ans Bein gepisst hat und ich mir dann einen Scherz erlaubt habe und ein bisschen Geld verdient habe auf seinen Nacken. Ich bin auch derjenige gewesen, der zu ihm hingegangen ist und die Sache klären wollte letztes Jahr und ihm die Hand gereicht hat. Daraufhin hat er aber wirklich dann vor versammelter Mannschaft extrem dämlich reagiert, muss man sagen. Und seitdem lasse ich es mir nicht nehmen, da mal ein bisschen zu sticheln, ab und an. Aber eigentlich auch nur, weil ich da Spaß dran habe. Was ist zwischen euch überhaupt vorgefallen? Ich weiß es tatsächlich selbst nicht, obwohl man es wahrscheinlich sicher in irgendeiner Podcast-Folge finden würde. Ich kann das ja hier mal sagen. Im Endeffekt war es so, ich kenne Urs schon ziemlich lange, also aus seinen Amateur-Zeiten. Und wir haben zwischendurch immer mal ein bisschen Kontakt gehabt. Und eigentlich hat Urs mir immer nur geschrieben, wenn er von mir irgendwie Hilfe haben wollte oder einen Rat brauchte oder ich ihm mit seinem Shop helfen sollte oder mit dem Stoff helfen sollte oder wie auch immer. Aber nie, nie groß konnten, nie viel Kontakt gehabt, immer nur so ein bisschen. Aber wenn wir Kontakt haben, dann immer nur, wenn er was wollte. Und dann haben wir uns auf einem Wettkampf getroffen in Polen. Da war er mit Emi unterwegs, da war Emi auch noch nicht Profi. Da haben wir uns irgendwie, haben wir uns kurz unterhalten, nett die Hand gegeben und so weiter. Und dann hat er nächsten Tag unter irgendeinem YouTube-Video einen Kommentar verfasst, wo er über mich und Alex hergezogen hat als Möchtegern-Gurus und was weiß ich nicht alles. Den findet man bestimmt noch irgendwo in den Kommentar. Und da habe ich mir nur gedacht, du kleiner Bastard, kommst immer nur angeschissen, wenn du Hilfe brauchst. Gestern gibst du mir noch nett die Hand und lächelst mir ins Gesicht und einen Tag später musst du dann über mich herziehen. Daraufhin habe ich dann diesen Kommentar gepostet, ging das irgendwie noch so ein paar Mal hin und her. Und zu dem Zeitpunkt war ich auch deutlich erfolgreicher, als er das war. Das hat sich dann später geändert. Karma ist eine Bitch in dem Fall. Und dann habe ich mir einen Gag draus gemacht und habe im Most-Hated-Shop einen Rabattcode eingerichtet für den Tag Hurensohn15. Und ich habe halt diesen Kommentar gepostet und habe in den Rabattcode Hurensohn15 eingerichtet bei mir. Und habe halt den Tag wirklich richtig viel Geld verdient. Und das fand ich halt irgendwie witzig. Das hat er dann sehr persönlich genommen. Okay, gut, kann man. Man kann halt auch keinen Spaß verstehen. Er hat sich auch einfach mal kurz entschuldigen können oder die Sache klären können oder was auch immer. Hat er nicht gemacht. Stattdessen hat er mich halt überall blockiert. Und dann ist nie wieder irgendwas passiert. Und es ist irgendwie Running Gag geworden, Hurensohn15. Und wie gesagt, ich wollte die Sache dann letztes Jahr auf der Dennis Wolf mit ihm klären, weil er da Backstage rumgelegen hat. Und ich lag quasi neben ihm. Und ich dachte, das ist ja völlig bescheuert. Bin zu ihm hingegangen und habe gesagt, wollen wir die Scheiß mal irgendwie aus der Welt schaffen? Weil eigentlich habe ich überhaupt gar kein Problem mit dir. Und du eigentlich auch nicht mit mir. Und was ist jetzt das? Was ist hier Phase? Daraufhin hat Urs zu mir gesagt, er müsste mir eigentlich noch eins in die Fresse hauen. Habe ich zu ihm gesagt, go for it. Viel Spaß. Kannst ja jetzt machen. Hat er dann nicht gemacht. Und dann ist seine Freundin da irgendwie zwischengegangen, die Alitsche, und hat gesagt, dass er mir einfach mal die Hand geben soll. Und dann ist die Sache gegessen. Hat er dann sehr, sehr widerwillig gemacht. Und mich eine Sekunde später mit dem Arsch schon wieder nicht angeguckt und ignoriert und macht weiter sein Ding. Und ja, das war so. Dann hätte er sich das halt auch sparen können. Ja, also das ist das, was zwischen Urs und mir vorgefallen ist. Und seitdem finde ich es relativ lustig, wenn ich im Bunker am Trainieren bin. Und er da auch am Trainieren ist. Und ihn das sichtlich stört, dass ich da bin. Dann macht mich das glücklich. War Hurensohn die richtige Wortwahl in dem Moment? Weiß ich nicht. Ich habe mir später gesagt, dass die Berliner da sehr empfindlich sind, wenn man irgendwie Hurensohn sagt. Ich muss sagen, er ist Schwabe. Ja, aber ist irgendwie in Berlin ansässig. Mal Berliner. Okay, keine Ahnung. Weiß nicht, bei uns ist das hier irgendwie völlig normal. Wenn ich irgendjemandem was an den Kopf werfe, dann ist das meistens Hurensohn. Und wenn er das so persönlich auffässt und das irgendwie auf seine Mutter bezieht, dann weiß ich auch nicht. Dann ist mir Kasper nicht rum. Wissen die Leute das mit dem Kommentar noch? Also ich habe so das Gefühl, die Leute regen sich drüber auf, dass du so ein bisschen gegen den Stichelzimmer und kennen die Ausgangssituation gar nicht. Das war jetzt auch der Grund, warum ich das mit reingenommen habe. Ja, das kann sein. Es ist mir auch ehrlich gesagt völlig lax, ob mir jetzt einer zwei Sympathiepunkte dafür klaut oder nicht. Weil nachher ist es nicht relevant. Urs interessiert das einen Scheiß, ob wir Stress haben oder nicht. Und mich interessiert das eigentlich auch einen Scheiß. Sportlich ist er eine absolute Macht. Und ich bin der Erste, der sich hinstellt und sagt, dass Urs ziemlich sicher den Mr. Olympia in den nächsten zwei, drei Jahren gewinnen wird. Das steht für mich völlig außer Frage. Der macht einen guten Job. Der trainiert hart. Der ist diszipliniert. Der macht Social Media technisch viele Dinge absolut richtig. Da ziehe ich auch meinen Hut vor. Der hat einfach nur mir gegenüber menschlich zwei Dinge gebracht, die ich nicht cool fande. Und da muss ich dann auch nicht anfangen, Arsch zu kriechen. Habe ich richtig rausgehört, dass du die Story mit der Lebensmittelvergiftung nicht so ganz abkaufst? Doch, 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 doch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oder das muss ja keine Lebensmittelvergiftung sein. Da kann sich auch ein Bakterium oder so eingefangen haben. Das war nur ein bisschen gestichelt von mir in die Richtung. Ich finde es aber tatsächlich, war das ein Thema, was ich interessant finde. Weil das haben ja sehr viele in der Peak Week. Und ich denke, für viele Leute ist es tatsächlich eine Ausrede. Klassiker ist, sich halt mit Diuretikern voll verschätzt zu haben, Elektrolythaushalt zu versauen. Oder der Athlet hat gecheatet. Oder der Athlet hat seine Form versaut. Oder er muss wegen anderen Dingen ins Krankenhaus. Oder er hat eine Magenschleimhautentzündung, weil er so viel Winstrol und Halotestin gefressen hat. Also das ist schon sehr auffällig, dass alle immer eine Lebensmittelvergiftung in der letzten Woche vom Wettkampf kriegen. Obwohl sie dasselbe essen wie die letzten 300 Wochen. Ja, aber nein. Ich glaube, Urs das 100 pro, dass er, weil der Grund, warum ich das glaube, ist, die werden mit Sicherheit nichts anders gemacht haben, als sie es normalerweise auch machen. Also der wird sich nicht mit irgendwelchen Medikamenten aus Versehen aus dem Leben geschossen haben. Glaube ich nicht. Dann machen wir da einen Haken dahinter. Würdest du von dir sagen, dass du Deutschlands bester Bodybuilding-Coach bist, beziehungsweise wo würdest du dich einordnen? Von, ja, wie definierst du denn das? Bin ich der Bodybuilding-Coach, der am allermeisten weiß? Mit Sicherheit nicht. Bin ich der Bodybuilding-Coach, der die meisten, besten Platzierungen hat? Nee. Letztes Jahr habe ich die meisten Goldmedaillen in Deutschland gewonnen. Das stimmt. Also wenn man so will, bin ich auf Amateur-Ebene letztes Jahr der erfolgreichste Bodybuilding-Coach gewesen. Ich habe mit Enrico Hoffmann die beste Open-Bodybuilding-Platzierung der letzten Jahre erreicht. Unser bester 2-12-Athlet ist der Steve Bentin. Den hat der Dominik Woiwart auf seinem letzten Wettkampf geschlagen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, habe ich die meisten Profis letztes Jahr gemacht? Das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich. Obwohl, wir haben auch so viele Bikini-Profis und so, da habe ich keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich einer der besten Coaches, wenn man sich so meinen Track-Record die letzten 2-3 Jahre anguckt. Aber zu sagen, ich bin der Beste, ist halt irgendwie so ein bisschen vermessen. Weil mit Sicherheit wird es, mir fallen auf Anhieb Leute ein, die auf jeden Fall mithalten können. Du hast ihn schon angesprochen. Würdest du den Arsch von Steve Bentin hart bekommen? Wahrscheinlich nicht, aus dem Grund, dass Steve nicht das machen wird, was ich ihm sage. Punkt. Also der einzige Grund, warum Steve's Arsch nicht hart ist, ist Steve. Woran liegt es deiner Meinung nach? Naja, also Steve macht immer so, weiß ich nicht, 8 Wochen Diät. Und die 8 Wochen Diät macht er im Endeffekt zero carbs und isst ein bisschen Fleisch dazu. Und das macht er jedes Mal, weil er halt die restlichen 40 Wochen im Jahr halt nicht nach Plan ist. Steve ist jetzt auch kein Trainingsweltmeister. Also der geht nicht mit dem, meiner Meinung nach, nicht mit dem nötigen Ernst ans Training. Der weiß, was er machen muss, damit er so aussieht, wie er aussieht. Und das scheint ihm auch zu genügen. Aber die nötige Disziplin, um besser zu werden noch auf dem Level, hat er, glaube ich, nicht mehr. Und ich glaube, der hat da vor allem auch gar keine Lust drauf. Also bei dem ist, glaube ich, so absolutes Minimalprinzip. Der macht genauso viel, wie er machen muss, damit er da ganz gut aussieht. Und auf mehr hat er auch einfach keinen Bock. Das ist schon fast ein bisschen weniger als Pareto bei Steve, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, das ist auch wieder gelätigt. Vielleicht braucht er auch einfach nur 5 Prozent, um 80 Prozent rauszuholen. Könnte er noch, also glaubst du, jemand in seinem Alter könnte sich noch so signifikant verbessern, dass er, keine Ahnung, auch mal noch einen Wettkampf gewinnt? Ey, der Steve ist eigentlich noch nicht verbraucht, vom Look her. Steve hatte immer das Problem mit seinem Bauch, aber der sieht noch nicht alt aus von der Muskulatur her, finde ich. Ich denke schon, dass ein Steve noch, wenn Steve mal eine Off-Season mit ein bisschen Disziplin angehen würde, dann wäre ich mir ziemlich sicher, dass Steve auch nochmal, der würde wahrscheinlich relativ schnell 10 Kilo Muskeln nochmal draufpacken und sich dann nicht in der Diät 8 Wochen lang alles wegholzen würde, sondern das mit ein bisschen, vielleicht mal 16 Wochen Diät machen und dafür wachsen. Ja, das ist so eine Sache zum Beispiel bei meinen Athleten fast, also ich würde unterschreiben, dass wirklich jeder meiner Athleten mit deutlich mehr Muskulatur aus einer Diät rausgeht, als er reingeht. So, bei Steve weiß ich das nicht. Ja. Nächste Frage, woher kommt der größte Teil deines Wissens? Weiß ich nicht, größter Teil ist schwierig, ist so eine Frage. Gibt es einen Mentor, den du hattest, der dir wirklich sehr viel beigebracht hat? Ich habe die Frage, habe ich schon ein paar Mal beantwortet und im Endeffekt ist es so, also ich komme aus dieser Forengeneration, da hat, als ich angefangen habe mit Bodybuilding, hat sich bei mir relativ schnell so dieser Wissensdurst fürs Bodybuilding entwickelt, am Anfang halt Trainingslehre, Ernährung und so weiter. Es gibt immer so Leute, die wollen einfach nur ausführen, die wollen einfach geil aussehen und Bodybuilding machen und dann gibt es halt die Leute, die voll interessiert, warum was funktioniert und ich war immer schon so ein bisschen so in dieser Nerd-Richtung. Also ich habe viel mehr Zeit mit Research verbracht, als ich tatsächlich nachher mit Bodybuilding verbracht habe oder ähnlich viel. Heißt, ich habe alles aufgesogen im Internet, was es so zu dem Zeitpunkt gab, sei es Team Andro, Bodybuilding-Szene, Extreme Bodybuilding. Wir hatten damals unser eigenes Forum, Pumper-Szene, wo ich nachher Admin war und ich war schon relativ früh immer so die Anlaufstelle für alle Leute, wenn die eine Frage hatten. Also die Funktion, die ich jetzt inzwischen quasi als Coach im großen Stile ausübe, die habe ich schon sehr lange inne. Und dadurch, dass ich einfach viel gelesen habe und alles aufgesogen habe, ich erkläre das immer so, hat sich irgendwann so ein bisschen so diese Fähigkeit rauskristallisiert, so gute von schlechten Informationen trennen zu können. Und dann hat man relativ schnell ein Gespür dafür, welche Leute, ohne dass du jetzt vielleicht das bis ins kleinste Detail nachvollziehen kannst, warum das so ist, aber auszusortieren, ob jemand Quatsch redet oder ob man dem vielleicht mal ein bisschen genauer zuhören sollte. Und dann hat man halt angefangen, Leuten wie John Meadows zuzuhören, einem Dante Trudel zuzuhören, Dinge von Milos Saatschev sich anzuschauen. So, in die Richtung. Dann Trainingslehre technisch habe ich ganz viele Leute, die ich verfolgt habe, sei es N1 Training, der Joey Bennett, Eugene Theo, Mountain Dog, also John Meadows, viel in der Richtung habe ich mir angeguckt, aus UK, viele Dinge. Und dann inzwischen aktuell, würde ich sagen, die meisten meiner aktuellen neuen Erkenntnisse kommen aus der Victor-Black-Richtung. Ich weiß nicht, ob dir der was sagt. Victor-Black oder die Black-Models sind, würde ich sagen, absolut der aktuell richtigste Standard, wenn es um PED-Wissen geht. Geht. Viele kennen wahrscheinlich auch den John Jewett oder die John Jewett University. Heißt, wenn man richtig so wissenschaftlich, wie es halt eben geht, PED-Wissen aufarbeitet haben will und mit so wenig Bro-Science wie möglich, dann sind die Victor-Black-Models auf jeden Fall zu empfehlen. Würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Gerade was so die Safer-Use angeht. Und dann geht es wirklich nur darum, schnappt man hier und da mal bruchstückmäßig was auf. Und inzwischen ist bei mir natürlich auch ein brutaler Anteil an Erfahrung mit dabei. Also mal abgesehen davon, dass ich alles selber an mir ausprobiert habe, aber das ist inzwischen halt einfach schon ein bisschen länger her. Und über die letzten Jahre mit meinen Athleten. Wir haben gerade gestern im Podcast drüber geredet. Viele Leute würden ja wahrscheinlich sagen, dass ich ein sehr gutes Wissen habe, was Bodybuilding angeht in Deutschland. Also deutlich besser als die meisten das haben. Ich von mir selber würde sagen, mein Wissen ist gar nicht so tiefgreifend, wie mir die Leute vielleicht unterstellen. Weil mich interessieren Dinge immer wirklich genau nur so bis zu dem Punkt, wo sie auch eine praxisrelevante Anwendung haben. Und alles, was dann quasi tiefer geht. Mich muss interessieren, was löst das in meinem Körper für eine Reaktion aus? Okay. Was ich nicht wissen muss, ist, welche Enzymaktivität sorgt dafür, dass diese Reaktion in meinem Körper ausgelöst wird. Das nützt mir in der Praxis einen absoluten Scheiß. Und in der Zeit kann ich lieber noch was anderes Sinnvolles lernen. Und das ist für viele schon irgendwie zu hoch. Aber ich bin absolut kein Wissenschaftler. Du bist Pragmatiker, kann man sagen, oder? Ich sage das von mir auch immer. Ich möchte eigentlich wissen, warum ist sowas so? Wann passiert es? Und was genau jetzt da der Mechanismus dahinter ist, interessiert mich teilweise gar nicht. Genau. Es gibt halt einfach so Ebenen. Und irgendwann kommt so eine Ebene ab, der macht das einfach gar keinen Sinn, da noch tiefer zu suchen. Weil die Zusammenhänge, die du da findest, die bringen dich auch nicht weiter. Das bringt dir höchstens was, wenn du ein neues Medikament entwickeln möchtest. Aber ich meine, wir sind im Endeffekt Anwender. Alle. Wenn wir schon bei dir sind und experimenten an dir selbst, bei welcher Stoffmenge pro Woche hast du bei dir persönlich festgestellt, dass mehr nicht mehr bringt? So irgendwo zwischen 2 und 3 Gramm Steroiden ist so das absolute Maximum. Danach passiert gar nichts mehr. Und ich habe auch tatsächlich momentan, ich habe nicht einen Athleten, der mehr als 2 Gramm Stoff nimmt. Ja. Punkt. Hast du nach all deinem Konsum Bedenken, dass der Sensenmann früher kommt? Oh, safe. Auf jeden Fall. Ja, ja. Ich war einer, der immer früher gesagt hat, so nach dem Motto, ja, ich gucke auf meine Blutwerte, ist alles gut. Aber je älter man wird, und ich muss auch sagen, der Lebensstil, den ich momentan pflege, auch wenn ich quasi gar keinen Stoff nehme, ist nicht übermäßig gesund. Also ich schlafe viel zu wenig, mein Stresslevel ist wirklich geisteskrank hoch. Und also ich fühle mich alles andere als fit und gesund. Und ich bin immer schwer. Ich wiege immer 125, 130 Kilo. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich kriege es überhaupt nicht in den Griff, mal mit 100 Kilo durch die Gegend zu rennen, auch wenn da ein Großteil von Muskulatur ist. Aber trotzdem rein aus dem gesundheitlichen Aspekt würde ich viel lieber 100 Kilo wiegen als 130. Also mit Sicherheit habe ich mir Jahre meines Lebens geklaut. Tausend Prozent. Woher liegt das, dass du nichts runter kannst mit dem Gewicht? Ist es die Psyche wirklich? Oder ist es das, dass du kein Bock hast und gerne isst einfach? Ich esse gar nicht so viel. Aber mein Job ist wirklich, also ich mache, wenn ich 2000 Schritte am Tag mache, ist das viel für mich. Boah, ja, das ist schon wenig. So. Und also ich halte hier mit 2500 Kalorien, halte ich mein Gewicht ohne Probleme. Und unter 2500 Kalorien zu essen, dann drehe ich durch. So. Also ich wüsste, wie ich ziemlich schnell 100 Kilo wiege. Ich weiß genau, was der Aufwand dafür ist und zweit. Aber ich weiß aber auch, dass mit meinem momentanen Lebensstil schaffe ich es nicht. Ich weiß, das bla 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 ausreden, natürlich würde man das irgendwie schaffen, wenn man es unbedingt will. Aber so nebenbei, nebenbei so eine Routine aufrecht zu erhalten, dass ich das easy halten könnte mit 100 Kilo, das schaffe ich nicht momentan. Da habe ich nicht den Kopf für. Guckst du noch auf deine Blutwerte? Du warst doch auch mal jemand, der gesagt hat, für das, was du alles an Schindluder betrieben hast, waren die immer sehr gut, oder? Ja, meine Blutwerte waren immer tatsächlich relativ gut. Ja, das heißt aber nichts. Das heißt nicht, dass du dir nicht trotzdem wahrscheinlich irgendwo ein Calcium-Score des Grauens zugezogen hast. und ob du irgendwo ein Scheiß-Propfen hast, das erkennst du höchstens unter einem Ganzkörper-MAT, was ich tatsächlich noch nie gemacht habe, was ich unbedingt mal machen sollte. Und um einen Herzinfarkt zu kriegen, reicht schon, dass sich irgendwo was löst und dann bist du weg. Also davon auszugehen, dass man keinen Schaden angerichtet hat, das wäre wirklich sehr naiv. Hi zusammen. Ganz kurze Unterbrechung an der Stelle. Das geht sofort weiter. Ich habe jetzt die Ehre, euch eines meiner favorite Produkte von uns vorzustellen. Und zwar, Überraschung, Überraschung, wie auch von vielen anderen von euch, ist es unser Vérum Whey-Protein in der Sorte Butterkeks. Unser Vérum Whey hat nicht nur ein hervorragendes Aminosäuren-Profil, pro Portion 28 Gramm Protein und 3 Gramm Leuzin, sondern es schmeckt wie der Wahnsinn. Freunde, ich kann es nicht anders sagen. Ich benutze es täglich. Ihr könnt es so variabel einsetzen. Ich bin begeistert. Außerdem hat es eine heftige Cremigkeit. Wenn ihr das noch ein bisschen länger stehen lasst, beispielsweise im Kühlschrank für ein paar Minuten und es dann rausholt, es ist noch mal cremiger. Und jetzt kommt mein kleiner Geheimtipp. Wenn ihr auf Kokosnussgeschmack steht, macht euch einen Stuss von dieser Kokosnussmilch in diesen Dosen. Macht euch den da mit rein, schickt es ordentlich durch und dann habt ihr einfach die Cremigkeit, wie ihr sie noch nie hattet. Also ich führe da drauf, ich liebe das. Übrigens kam super oft das Feedback von euch in der Zeit, wo Butterkeks ausverkauft war, dass einige dann natürlich auf andere Sorten umsteigen mussten und somit Schoko, Erdnuss, Karamell ausprobiert haben. Und plötzlich, siehe da, ist es deren Favorite. Also traut euch, probiert einfach mal neue Sachen aus und jetzt geht es weiter mit der Folge. Viel Spaß. Wie sieht denn so der typische Tag bei dir im Leben aus? Wie kann man sich das vorstellen, wenn du wirklich bloß 2000 Schritte machst? Das heißt, du stehst eigentlich auf und gehst an den Schreibtisch und da bleibst du dann. Also ich muss sagen, dieses Jahr zum Beispiel und auch das letzte, das ganze letzte halbe Jahr bin ich fast nicht zu Hause gewesen. Da bin ich nur unterwegs gewesen, immer in verschiedenen Städten, weil wir Contentplanung hatten und tausend andere Dinge, die dort stattgefunden haben. Heißt, ich habe eigentlich nur in Hotels gelebt. Da hat man dann vielleicht mal ein bisschen mehr Schritte zusammengesammelt. Man ist aber auch irgendwie dreimal am Tag essen gegangen, weil wer macht schon Mealprep, wenn er nicht in 16 Wochen auf der Bühne stehen möchte, außer Leute mit Physikgoals, die ich nicht mehr habe. Also halt auch kein übermäßig gesunder Stil, dann pennst du irgendwie noch weniger. Wenn ich mal zu Hause bin, so wie jetzt zur Abwechslung, dann sieht es wirklich so aus. Heute, bestes Beispiel, ich bin heute Morgen um acht aufgestanden. Ich habe tatsächlich noch nichts gegessen heute. Es ist 18.41 Uhr. Bin heute Morgen an den Rechner gegangen, habe bis 14 Uhr Updates und Check-ins und ungefähr 100 Telefonate geführt. Habe dann einen Podcast mit Mike Sommerfeld zwei Stunden aufgenommen. habe danach weiter telefoniert mit vier Leuten und mache jetzt den Garnikus-Podcast und habe um 21 Uhr noch einen Call und habe noch eine ganze Liste an Dingen, die ich heute machen muss. Und dann werde ich mir nachher Sushi bestellen, mir das in die Figur schieben und ins Bett legen und weinen. Was war denn deine bedenklichste Nebenwirkung vom PED-Konsum? Das weiß ich nicht. Bedenklichste Nebenwirkung? Haare sind ja wahrscheinlich jetzt nicht so bedenklich, dass man jetzt sagen muss, das juckt einen jetzt so heftig. Nee. Ich bin immer schon so ein Mensch gewesen, der zu viel Wassereinlagerung so neigt. Ich habe selbst jetzt auf weniger als THT, also ich vergesse sogar meine THT zu injizieren ständig, habe ich immer Wassereinlagerung in den Beinen, in den Knöcheln und so so ein bisschen. Das geht echt wirklich nur raus, wenn ich mal vier Wochen gar nichts injiziere. Dann sind die weg. Dann ist mein Östrogen wahrscheinlich auch so auf fucking zero. Heißt, also mein größtes Bedenken, was ich wirklich habe, ist, dass ich meinem Herz über längere Zeit Schaden zugefügt habe. Ich bin auch mit Sicherheit jahrelang mit zu hohem Blutdruck durch die Gegend gerannt. Also dieses, also dieses Selbstverständnis, was momentan alle haben, so dass der Blutdruck immer in Check sein muss, das war zu der Zeit, wo ich angefangen habe mit Bodybuilding noch nicht so. Da hat kein Mensch Blutdrucksenker genommen. Da war es so nach dem Motto, ja du wiegst 130 Kilo, das ist normal, dass dein Blutdruck höher ist. Da hat er auch kein Blutdruckmessgerät daheim. Genau. Gefühlt. Und ich weiß, ich habe Zeiten gehabt, da lage ich im Bett abends gefühlt mit Tachycardie und Extrasystolen und habe meinen Herzschlag in meinem Kopf gespürt. Und wenn ich jetzt rückwirkend mal drüber nachdenke, dann ist das ganz schön oft gewesen. Also das ist nur mein größtes Bedenken. Welche Stoffe hast du für Bodybuilding-Zwecke bei dir noch nicht verwendet? Ich glaube, da wird es dunkel. Ja. Merke ich schon. So ein paar Designer-Steroide. Ich habe noch nie Turinabol genommen, habe ich auch nicht vor, irgendwann mal zu nehmen. Aber ansonsten habe ich ja wirklich, ich habe ja jeden Scheiß schon gemacht. So mit alles, was der Gesundheit zuträglich ist, sei es ein Metformin, sei es ein Thelmizatan, Blutdrucksenker und sowas. Das habe ich blöderweise zu meiner aktiven Zeit alles nicht benutzt. Das hätte ich mal benutzen sollen. Also alles, wofür man mich momentan irgendwie kennt, dass ich Leute relativ gesund halte, das habe ich zu meiner Zeit mal machen sollen. Aber das hat mich zu dem Zeitpunkt hat mich nur interessiert, wie werde ich irgendwie massiv oder wie werde ich knüppelhart und nicht, wie schaffe ich das auf schonendstem Wege. Hat dich das weitergebracht, das alles an dir ausgeprobiert zu haben oder würdest du sagen, ja, 80 Prozent, da hätte es auch davon getan und ich wäre genauso weit von meinem Wissen und von meinem Erfahrungsschatz her. Ja, also als, was das angeht, bestimmt. Der hätte 80 Prozent gereicht. Mir hat es dahingehend ein bisschen was gebracht, um zu lernen, wie Menschen ticken. Die Psyche, oder wenn man welchen Stoff nimmt. Nee, nee, gar nicht so, sondern so nach dem Motto, so diese, ja, wir machen jetzt halt einfach mehr Mentalität, weil dann kriegen wir noch mehr raus und was für Ausmaße das annehmen kann, das kann ich bei Leuten halt gut nachvollziehen, weil ich selber an dem Punkt war. Das hat mir schon geholfen. Mir hat es natürlich auch dahingehend geholfen, dass die Leute mich deswegen kennen und mein Standing, was ich momentan habe, das hätte ich wahrscheinlich nicht, wenn ich nicht zu Beginn meiner Social-Media-Karriere der gewesen wäre, der schon mal 13 Gramm Steroide geballert hat. Also dahingehend hat es mir bestimmt was gebracht. Sind das nachher die fünf bis zehn Jahre Lebenszeit, die es mir geklaut hat, wert? Das fragt mich mal in meinem Sterbebett so. Keine Ahnung. Da hofft man dann schon, dass man eher 100 wird statt 65, oder? Ja. Ich hoffe einfach nur, wenn ich verrecke, dann einfach bitte so, dass ich es nicht mitkriege und schnell. Ja. Wie viel von dem war kalkuliert, dass du damals in die Öffentlichkeit gegangen bist und ja, so Extremexperimente teilweise auch offenkundig geteilt hast? Gar nichts. Also du würdest nicht sagen, das war irgendwie ein Masterplan jetzt? Nein, überhaupt nicht. Also die Leute, die mich kennen, die wissen auch so, wie ich ticke. Ich bin so, ich lasse mich so, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber ich bin sehr schnell so sehr euphorisch. Ich kann mich sehr schnell selber in was reinsteigern und so denken, ah, geile Scheiß, das machen wir jetzt. Wo alle irgendwie so dreimal überlegen würden, ist das jetzt eine gute Idee, das zu machen? Da bin ich der Erste, der sagt, komm, so drauf geschissen. Wir machen das jetzt und mal gucken, was passiert. Kann eine gute Eigenschaft sein, kann auch eine leicht destruktive Eigenschaft sein, aber diese ganzen, diese ganzen krassen Videos, die ich irgendwie mal gemacht habe, die sind alle immer, die sind morgens beim Videodreh sozusagen entstanden. Da habe ich nie weiter drüber nachgedacht, sondern nach dem Motto so, ja, lass mal filmen, wie ich mir einen Liter Blut aus dem Arm spritzen lasse, so, das ist voll witzig. Irgendwie so, so sind diese Videos entstanden. Also das war nie, nie Kalkül, dass ich dadurch mehr Reichweite, mehr Aufmerksamkeit, whatever kriege, sondern, es war mehr, komm, und wir drehen heute ein witziges Video. Jetzt haben wir den Bezug auf dich geklärt. Gibt es die Angst, dass einer deiner Athleten überraschend verstirbten Nebenwirkungen hat und du dich dann mitverantwortlich fühlen musst? Nee. Also ich kann voller Überzeugung sagen, dass ich mit keinem meiner Athleten irgendwas mache, was ich nicht verantworten kann. Das Risiko, was man als Steroid-Nutzer trägt, dem sind sich meine Athleten bewusst. Also natürlich kann es sein, dass einer meiner Athleten einen Herzinfarkt bekommt. Das kann kein Mensch vorsagen. Du kannst nur alles tun, damit das trotz der zu erreichenden Ziele, die der Athlet ja offensichtlich hat, dass das Risiko so gering wie möglich ist, dass sowas trotzdem eintreten kann. Jetzt sagen wir mal, Markus Hoppe, der ist schon über 40, der macht den Sport schon relativ lange und der hat an seinem Körper auch schon ziemlich fucking viel Raubbau betrieben und wir machen jetzt zwar alles sehr moderat und mit Köpfchen und so weiter, aber ob bei dem jetzt was schlummert, was vor zehn Jahren er sich angelacht hat, das steht in den Sternen. Das weiß er nicht, das weiß ich nicht. Ich bin auch der Erste, der sagt, Markus, das, was du hier machst, das ist keine schlaue Idee. Du hast vielleicht noch ein Jahr und dann schauen wir zu, dass du auch mal 30 Kilo weniger wiegst. Aber es gibt jetzt keinen Athleten, wenn der morgen umfällt, wo ich hier stehen würde und frage, ob ich den getötet habe. Ich habe mal einen Athleten gehabt, der hat sich fast umgelegt. Kennst du die Story? Nee. Willst du den Namen sagen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Kriegst du den notfalls rausgepiept? Ja, ich mache mir eine Notiz, ja. Okay. Du kennst den Athleten, der war auch tatsächlich hier schon im Podcast. Bei dir oder bei mir? Bei dir. Mhm, okay. Und zwar geht es um den lieben Oh, okay. Und *** hat es geschafft, sich in einer Wettkampfvorbereitung morgens, der sollte sich morgens vorm Kardiotraining Elkanitin spritzen und hat im Halbschlaf blöderweise die falsche Flasche erwischt und hat sich einfach 100 Einheiten Humalook Insulin indiziert und hat sich dann aufs Kardiogerät gesetzt, war alleine zu Hause zu dem Zeitpunkt. 100 Einheiten? Ja, 100 Einheiten. Alter. Ja, so. Und ist dann vom Gerät runter, weil es am komischsten hat sich hingelegt zum Schlafen, weil er so müde geworden ist. Puh. Und dann ist glücklich, aber seine Freundin irgendwie eine Viertelstunde später nach Hause gekommen, hat ihn gefunden, hat dann auch gleich die Krankenhäuser angerufen und mich angerufen, was los sein kann und ich habe überlegt, weil der hatte an dem Tag trainingsfrei, kein Insulin auf dem Plan und so. Das war mein erster Gedanke und dachte ich so, nee, das kann nicht sein, Insulin hat er nicht genommen zu dem Zeitpunkt, es macht null Sinn. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen oder ich wusste, dass er diese 1000 EU-Humalook-Flaschen hat und die haben halt dasselbe Format wie so eine blöde Vial. Und da war mein erster Gedanke, Alter, bitte lass den nicht aus Versehen heute Morgen einen Milliliter Insulin aufgezogen haben und indiziert. Und der ist dann im Krankenhaus gelandet, der ist natürlich, der ist direkt ins Koma gefallen, ist im Krankenhaus gelandet, ist auch nicht aufgewacht und da habe ich noch mit der mit der Kurzkontakt gehabt und da ist mir da ist mir richtig das Herz in die Hose gerutscht. Muss ich ehrlich sagen. Tja. Und vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt, da habe ich gedacht, Alter, wenn der aufwacht und der ist nur noch Gemüse im Hirn, das ist noch schlimmer. Ja, safe. Dann lieber im Schlaf einnicken, sozusagen für immer und nicht mehr aufwachen und gut ist. Ja. Also, das war absolut krass. Er lag tatsächlich über den Tag im Koma und ist dann quasi erst nächsten Tag aufgewacht und für ihn hat sich das aber angefühlt, als wäre er vor einer halben Stunde erst umgekippt. Und das Erste, was er gemacht hat, ist, er ist aus dem Krankenhaus, hat er mir geschrieben, was er jetzt essen soll. So, der hat das gar nicht geschnallt gehabt, dass er sich da fast umgebracht hat, aus Versehen. Hat dann seinen A** angerufen, hat gesagt, soll ich mal bitte Essen vorbeibringen, weil er hat eine Mahlzeit verfasst. Und die hat, die hat im Endeffekt, die hat sich nur gefreut, dass er nicht gestorben ist. da habe ich kurz mein, habe ich gerade kurz komplett Bodybuilding in Frage gestellt, was wir hier eigentlich für einen Scheiß machen. Ja, der hat sich gut gefangen, der ist nächsten Tag Beine trainieren gegangen und hat seine Prep beinhart durchgezogen. Aber man kann sagen, das hat auch deinen Erfahrungsschatz wahrscheinlich unfassbar erweitert, weil selbst wenn das jetzt nicht auf dem Plan stand für den Tag, wenn das nächste Mal sowas passiert, sagst du, scheiße auf den Plan, eventuell hat er sich einfach in der Flasche vergriffen. Das müssen wir auf jeden Fall in Betracht ziehen, spritzt den mal, keine Ahnung, Glucose, das kracht. Ja, aber wie gesagt, wenn die den eine viertel Stunde später gefunden hätte, dann wäre er weg gewesen. Der ist zwei Tage später immer noch unterzuckert. Man würde ja denken, dass Humalog, weil das so ein kurzwirksames Insulin ist, dass das nach drei Stunden aus dem Körper raus ist. 100 Einheiten. Ja, ich kann euch aus Erfahrung sagen, bei 100 Einheiten, das Zeug wirkt ziemlich lange. Ja, das bleibt im System. Krass. Wurde dir rechtlich schon mal richtig ans Bein gepisst wegen Stoffcontent? Noch nie. Gar nicht. Nichts. Nada. Denkt man immer. Sagen auch immer ganz viele, mich wundert es, dass der Max immer noch da draußen rumrennt und solche Videos macht, weil da müssen doch schon zehnmal irgendwie, keine Ahnung, die Kripo, die Polizei. Absolut gar nicht. Seitdem ich mein erstes Video auf YouTube geladen habe, habe ich noch nie Probleme mit der Polizei gehabt. Und das wundert mich eher. Vor allem das Ding ist, ich war ja quasi der Erste, der das so gemacht hat auf YouTube. Dann haben es alle nachgemacht, weil sie gedacht haben, das ist okay, weil der das macht. Aber ich habe ja eben schon gesagt, ich gehöre zu der Kategorie Leute, ich mache halt und dann gucke mal, was passiert. Ich war mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht sicher, ob das nicht irgendwelche Konsequenzen mit sich zieht. Also Fakt ist, es gibt, solange du dich nicht hinstellst und sagst, du bist Arzt, verstößt du eigentlich gegen kein Gesetz. Also es gibt keine Anstiftung zum Steroidkonsum oder so einen Quatsch. Also den Straftatbestand gibt es nicht. Also jeder Depp kann sich hinstellen und Videos über Steroide machen, solange er nicht sagt, er ist Arzt. Das ist schon okay. Nichtsdestotrotz ist es ja trotzdem meiner Meinung nach anzunehmen, dass eine Person, die darüber redet, wie viel Stoff er nimmt, dass er Stoff zu Hause hat. Muss man explizit sagen, dass man kein Arzt ist oder reicht es einfach nicht zu sagen, dass man Arzt ist? Also meines Wissens nach reicht es nichts zu sagen. Aber nimmt mich nicht dafür wahre Münze. Ich bin da kein Anwalt. Mal den Mike Bunzel fragen. Der ist derjenige, der mir gesagt hat, dass es kein Straftatbestand der Anstiftung gibt. Das dachte ich mir. Mike ist auch derjenige, der die Disclaimer in unseren E-Books geschrieben hat und so. Aber, ja. Auch eine lustige Frage. Wie viel Prozent der Leute, würdest du sagen, sind in einem durchschnittlichen McFit-Aufstoff? Boah, ich war schon lange nicht mehr in einem McFit, man. Keine Ahnung. 50? Du würdest aber auch sagen, es gibt sehr viel häufiger Leute, die auf Stoff sind, aber nicht so aussehen. Das wäre jetzt so eine Aussage, die ich treffe. Oh ja, klar. Und das ist auch wieder ein Faktor. Ich kenne Leute auf Stoff, die alles richtig machen, die trotzdem nicht aussehen, als wären sie auf Stoff. Wurte halt einfach irgendwie nicht. Ja. Ey, Martin Hahn zum Beispiel ist das beste Beispiel dafür. Ich schwöre euch, es gibt keinen disziplinierteren Menschen als Martin. Der macht alles, was man richtig machen kann. Der trainiert sich den Arsch ab, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der hat auch schon stofftechnisch alles gemacht, was man irgendwie machen kann. So, der sieht gut aus, aber der sieht jetzt nicht aus, als ob er nächstes Jahr Top Ten beim Mr. Olympia wird. Der ist auch einen Meter 90 groß, das ist halt auch scheiße. Und dann, ja, so groß ist er gar nicht. als 85. Ja, der ist halt so meine Größe. Aber auf jeden Fall gibt es Leute, die sind natural und fassen eine Handel an und haben mehr Muskeln als Martin. Ganz böse jetzt ausgesprochen, was natürlich so nicht stimmt. Inzwischen ist er auch ein ganz schöner Koffer, aber im Verhältnis und das ist halt, es ist kein fairer Sport. Also wer denkt, dass Sport fair ist. Joseen Bolt ist auch nicht der schnellste Mensch der Welt, weil er, keine Ahnung, so toll ist und so toll trainiert, sondern weil der wahrscheinlich eine ziemlich gute Veranlagung dafür hat, relativ schnell zu sein. Ja, und die musst du ja finden, diese Veranlagung in welchem Bereich auch immer. Ja. Martin ist zum Beispiel ein richtig guter Coach. Mhm. Der kümmert sich brutal gut um seinen Athleten und seine Athleten sehen auch alle richtig gut aus. Mhm. Ja, vielleicht ist das sein Weg, einfach nicht der Bühnenathlet zu sein, sondern guter Coach. Ja. Es ist ja ähnlich bei dir, du bist ja auch nicht mehr der Bühnenathlet, sondern einfach drauf fokussiert, geile Bühnenathleten zu machen. Das finde ich immer schön, wenn die Leute das irgendwie so anführen und mir irgendwie meine Kompetenz absprechen wollen, weil ich selber, ich denke so, komm, erst mal, die Wahrscheinlichkeit, dass ich trotzdem mehr erreicht habe in diesem Sport als du, ist schon mal ziemlich hoch, so, dass ich jetzt kein Profi geworden bin, okay, gut, habe ich es ja auf Teufel komm raus drauf angelegt, auch nicht. Und selbst wenn, ne, weiß ich deswegen mehr, nee, ja, aber, gibt es immer. Was wird beim MMA geballert? Kennst du jemanden, der jemanden kennt? ADH, Kalorien, die ballern alle ultra viel Kalorien, also hier GW505156, um die Ausdauerleistung. ist mittlerweile irgendwie so flächendeckend verfügbar, das war ja auch so ein Research Chemical, oder? Ja, ist es, aber das kriegst du ja inzwischen, musst du nur mal nach Polen gehen, da kriegst du das in jedem Supplement Shop. Okay, krass. Auch echt? Ja, das kannst du einfach so bestellen. In Polen sind zum Beispiel alle Samens, alle Peptide und Co. völlig legal verfügbar und ich meine, du kannst aus Polen alles über nach Deutschland bestellen. Das ist ja gut, oder? Kein Zoll, genau. Ja. Ich meine, guck dir mal Muscle Lab an, die haben sogar ihren Firmen-Sitz in Deutschland und verkaufen Samens und kommen damit seit 100 Jahren irgendwie durch und es interessiert sich anscheinend keinen. Hier fragt auch jemand... Und wenn du einen Teststour hast, bist du am Arsch, aber theoretisch fällt das um dasselbe Gesetz. Ja, das ist ja auch immer so paradox teilweise, finde ich. Gerade die Gesetzeslage, die hat auf jeden Fall niemand gemacht, der sich schon mal ein bisschen näher damit auseinandergesetzt hat. Hier fragt jemand zudem, Glaubst du, Christian Eckerlin ist natural? Ich weiß nicht mal, wer das ist. Weißt du nicht, wer das ist? Okay, ich glaube dir das. Er ist halt so ein sehr, sehr bekannter deutscher MMA-Kämpfer und mittlerweile auch in diesem ESN-Zirkus drin. Sagt dir nichts. Keine Ahnung. Aber ich bin auch, das ist nicht meine Szene. Mit Kampfsport habe ich voll nichts am Hut. Ich auch nicht, aber ich gucke mir das mal an und denke mir so, boah, optisch, ganz ehrlich, gibt ja schon so Anzeichen. Keine Ahnung, ist er ein guter MMA-Kämpfer und verdient damit Geld? Auf jeden Fall. Dann ist der auf Stoff. Also, ich glaube, das kann man schon sagen. Kurz, Milch im Mädchen Rechnung einfach auf den Punkt gebracht. Kenne ich, ist er gut, verdient er sein Geld damit? Ja, ist er auf Stoff. Das wäre halt doof, es nicht zu machen, weil es alle anderen auch machen. Die Jungs, die schaffen halt anders. Die haben dann vielleicht eine TRT drin, damit die sich nicht ihren Testosteron killen, haben ein bisschen Nandrolon drin, damit die Gelenkregeneration und so besser ist. Ich meine, die kriegen im Training, die Jungs trainieren ja teilweise zweimal am Tag oder dreimal am Tag sogar. Ja, genau. Das ist ja ein ganz anderes Training, als das Bodybuilder haben. Die dürfen nicht wahnsinnig viel Wasser ziehen, weil dann werden die einfach lahm. So heißt, die können nicht viel Steroide nehmen, werden die auch nicht machen. Die werden ein bisschen HGH nehmen zur Regeneration. Die werden wie, im Endeffekt sind es ja auch Ausdauersportler eigentlich. Heißt, die werden viel mit Insulin arbeiten, was Regeneration und so angeht. Und dann werden die alles machen von Blutdoping, EPO, Kradarin, alles, was halt die Ausdauerleistung verbessert. Und dann gibt es natürlich noch ein ganz anderes Spektrum bei Kämpfern. Alles, was so das Schmerzempfinden runterreguliert. Heißt, ich glaube, so bei Kämpfern oder Aggression hochregelt. Bei Boxern war damals immer viel Halotestin, was benutzt wurde. Ganze Schmerzmittel, Opiate, Stimulanzen und so ein Scheiß wird benutzt. Das gab es ja damals, Kaptagon, oder? Haben die damals doch auch immer genommen. Boah, das weiß ich nicht. Aber keine Ahnung. Was ist nicht so Speed-ähnlich? Keine Ahnung. Ich meine, die Jungs, die hauen sich da halt völlig auf Zille so lange in die Schnauze bis zu einer umfällt. Das ist halt eher von Vorteil, wenn du nicht merkst, wenn dir einer dreimal ins Gesicht tritt. Ansonsten, aber dem bringt das ja nichts, wenn er einen 50er Ärmel hat. Der muss ja schnell sein. Ja, klar. Also generell könnt ihr euch auch sowieso, wenn auf euch so ein richtig gut austrainierter Bodybuilder zukommt, dann könnt ihr auf jeden Fall schon mal aufhören, Angst zu haben, weil der wird so langsam sein, dass jeder Otto-Normalbürger den wahrscheinlich einfach umhaut, wenn er will. Ja. Zumindest, wenn es länger als 35 Sekunden geht, braucht er ein Sauerstoffzelt. Und das ist wahrscheinlich schon hochbemessen. Ja. Deswegen bin ich mal gespannt auf Kevin Wolter. Der ist ja so eine kleine Ausnahme, was das angeht. Der ist schon ein ganz schöner Koffer. Der ist aber nie schwer gewesen. Der sieht immer wahnsinnig schwer aus. Der ist ja relativ groß, aber der hat so, der hat immer so maximal 114 Kilo oder so. Das ist ja nichts auf den Körperbau. Aber auch der wird wahrscheinlich in seinem Fight Luftprobleme kriegen, obwohl er schon seit Ewigkeiten kämpft. Wobei er da auch jetzt nicht den krassesten Gegner hat. Ich glaube, der ist auch lufttechnisch wahrscheinlich nicht so gut bestellt. Ja. Ich bin auch gespannt. Gucken wir mal. Ja. Nächste Frage. Wie sehr leidet die Spermienqualität, wenn man Dauer-on ist? Ja, stark. Also in der Regel bist du impotent. Also unfruchtbar. Das war relativ schnell schon. Anders gefragt. Wie irreversibel leidet die Spermienqualität, wenn man Dauer-on ist? Je länger du am bist, umso schwieriger wird das, die wieder auf 100% zu kriegen. Aber aus der Erfahrung kann ich dir sagen... Brauchen wir das? Hm? Brauchen wir das? 100% Spermienqualität? Nee, Quatsch. Also wenn du mich fragst, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wenn man alles richtig macht, man auch nach jahrelangem Konsum noch Kinder zeugen kann, dann würde ich sagen fast 100%. Weil deine Ledigzellen in den Hoden, die kriegst du eigentlich nicht ganz kaputt. Also selbst wenn von deiner Hypophyse nachher nicht mehr das Signal an deine Hoden so gesendet wird und die Spermienproduktion nicht mehr bei 100% ist, man kann immer noch HCG, HNG und Co. von außen zuführen und zumindest funktionsfähige Spermien schaffen. Ich bin hier ein gutes Beispiel dafür. Der... Wie haben wir vorhin drüber geredet? Jetzt weiß ich nicht, ob die Information öffentlich ist. Das weiß ich nämlich nicht. Aber zum Beispiel der liebe Enrico, der ist mit unseren Protokollen, hat er es geschafft, nach jahrelangem Konsum ein Kind zu zeugen. Ich glaube, der ist uns nicht böse. Nee, 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 den meine ich auch gar nicht. Mir ist noch mal anders eingefallen. Dann der Quattro Matz, kennst du wahrscheinlich auch, ist ein Athlet von JN, ist auch ein ehemaliger Athlet von mir. Der hat es auch mit unserem Protokoll gerade geschafft, noch ein Kind in die Welt zu setzen. Und der dritte ist, glaube ich... Lass du es weg. Ich habe vorhin schon achtmal die Namen aufgeschrieben, dass ich das mal im Fall der Fälle herauspielen muss. Aber wie gesagt, es gibt noch ein paar mehr Leute auf jeden Fall und die sind alle jahrelang on gewesen. Und so viele Profis haben Kinder. Du brauchst halt nicht hundert Prozent. Ob deine Testosteronproduktion irgendwann auch mal so ist, dass du dich gut fühlst, das steht auf einem anderen Stern. Es reicht ja eigentlich ein Schwimmer. Richtig. Notfalls musst du dich halt künstlich befruchten lassen. Manchmal ist es so, dass zum Beispiel zwar die Spermienzahl widerstimmt, aber die Motilität der Spermien ist nicht gut genug. Also da alle Szenarien gibt es, aber das quasi gar keine funktionierende Spermien mehr zu produzieren, das ist fast unmöglich. Es sei denn, jemand hat ja echt hart in die Eier getreten. Zu dem Zeitpunkt, wo ich damit angefangen habe, sah ich auch selber noch irgendwie ausseitswürdig Sport machen. Und das ist irgendwie für Leute das viel glaubwürdiger. Ja. Ich formuliere die nächste Frage direkt mal ein bisschen um. Darfst auch gerne wieder entscheiden, wie du darauf antworten möchtest. Würdest du Roman Fritz gerne bei BigZone sehen? Ja. Ich würde Roman gerne bei BigZone sehen. Erinnert mich daran, dass ich ihn gleich nochmal anrufen muss. Ja. Willst du es im Podcast machen? Nee, machen wir nicht. Wenn du freie Wahl hättest, welchen IFBB Pro würdest du gerne coachen? Roman. Nee. Roman gehört wieder. Auch, oder? Pass auf, ich hätte super gerne, dass Roman das macht, was ich ihm sage. Ich habe Roman auch mal kurz gecoacht. Für zwei Tage. Gerade wollte ich sagen, 28 Stunden. Ich kenne Roman nur deswegen. Ich habe eines Tages eine SMS von Roman auf dem Handy gehabt, wo seine Frage war, was kostet Coaching bei dir? Dann hast du gesagt, für dich nichts. Nein, pass auf. Und ich habe ihm dann meine Coachingpreise geschickt, weil ich davon ausgegangen bin, dass er einen nervigen Athleten von sich zu mir rüberschicken will. Bis sich dann rauskristallisiert hat, dass er für Coaching bei mir angefragt hat. Und da haben wir relativ lange telefoniert. Ich habe zu dem Zeitpunkt gedacht, der kann mich überhaupt nicht ab. So. Dann ist es sich irgendwie mal zweimal über den Weg gelaufen. Aber ich dachte, der denkt von mir, ich bin eigentlich nur der absolute Spinner. Und daraus ist dann so eine kleine Freundschaft entstanden. Also ich bin sehr gut mit Roman. Ich freue mich immer, wenn ich von ihm höre. Und bin ja auch irgendwie einer, der ihm so ein bisschen die Fahne hochgehalten hat, als alle gegen ihn geschossen haben. Aber ich glaube, Roman ist nicht coachbar. Und ich bin auch, also Roman weiß, was er gut macht und was er nicht gut macht. Und Roman macht immer das, von dem er denkt, dass es das absolut Beste ist. Und er hat auch für die Dinge, die er tut, hat er auch echt immer gute Erklärungen. Dementsprechend weiß ich, dass er da gar nicht von abzubringen ist, was er macht. Und ich bin auch nicht so vermessen, mich hinzustellen und zu sagen, Alter, ich weiß es besser als du. Ich denke, ich könnte was aus ihm rausholen, was da vielleicht noch nicht ist. Andererseits muss man sagen, Alter, das letzte Paket, was er gebracht hat, das war fucking Bombe. Das war richtig gut. Da hat er zum Glück in dieser Wettkampfreihe, die er gemacht hat, da hat er zwischendurch mit mir ein bisschen Rücksprache gehalten und ein paar Dinge auf jeden Fall so gemacht, wie ich sie gemacht hätte. Das ist ihm auch zugute gekommen, was Fülle angeht. Und ansonsten, weiß ich nicht, es gibt nicht so viele Leute. Ich finde es cooler, einen Profi zu machen. Ich finde es cool, Leute zu betreuen, die schon abgeschrieben wurden und dann besser aussehen. Das sind zum Beispiel Dinge, die mich mega freuen. Zum Beispiel Markus Hoppe, der seit Ewigkeiten am Ball ist. Der stand bei mir mit über 10 Kilo mehr Muskulatur auf der Bühne, als er das jemals geschafft hat. Und ich meine, wie lange trainiert er schon? Da denke ich mir so, okay, krass, wir haben wirklich, und wir haben in einem halben Jahr richtig viel noch rausgeholt. Ein Peter Bers, der seit 100 Jahren schon Top-Paket bringt, stand bei mir mit Abstand so schwer und voll auf der Bühne wie noch nie, obwohl er zum alten Eisen gehört. Das sind so Sachen, das macht mich mega froh. Enrico Hoffmann hat bei mir einen Sprung aus der 212-Klasse ins Open Bodybuilding gemacht. Also der ist von 96 Kilo auf 105 Kilo in derselben Form gegangen auf dem Level, auch fast 10 Kilo auf dem Niveau drauf. Das sind so Sachen, die finde ich mega cool. Das freut mich. Jetzt der Nico Stallone, der sieht schon immer gut aus. Der Oberkörper ist schon, vor allem die Arme, das ist richtig ekelhaft. Pass auf, der ist ja jetzt schon so gut in Form, wie er die letzten paar Male auf der Bühne war. Wir haben noch sechs Wochen Zeit. Was macht man dann in dem Moment? Geht man wieder mit den Kalorien hoch? Nee, ein bisschen Fett muss noch weg. Der war noch nie inside aus, das machen wir jetzt. Aber ich sage euch, der, ich weiß nicht wie groß er ist, 1,60, 1,61, 1,62, wirklich klein, der wiegt 100 Kilo. Und letztes Jahr haben sie, wir haben noch alle zu ihm gesagt, der muss 84, 85 Kilo wiegen, damit er in Form ist. Am Arsch muss der das. Also der wird mit mehr als zehn, der wird ein Problem haben, in die 2,12 zu kommen, bei den Profis. Und wir haben nachgemessen, der hat letztes Jahr in der Diät zu dem Zeitpunkt einen 47er Oberarm gehabt. Jetzt hat er einen 52er Oberarm. Also der hat fünf Zentimeter auf seinen Arm gepackt. So sieht der auch aus, der Arm. Und der hatte vorher schon geisteskrank dicke Arme. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie dick 52 Zentimeter auf 1,60 sind. Das ist not from this world. Der hat auch sechs oder sieben Zentimeter auf seine Beine gepackt. Die Taille ist gleich breit geblieben. Der Rücken hat sich verbessert. Wenn er jetzt noch auf die letzten Meter das passiert, was ich hoffe, und wir die Form 100 Prozent nailen, dann muss mir erst mal einer kommen. Das wird aber seine Klasse, oder? Die 2,12er trotzdem, auch wenn er es schwer hat, reinzukommen. Ja, das muss er. Alles drüber ist Quatsch. Aber der ist der perfekte 2,12er. Ich stelle den in der Side-Chest neben Flex Lewis. Der muss sich nicht verstecken. Stand jetzt sowieso nicht. Ja, also das ist cool. Das Eiham ist bei mir, sieht richtig gut aus. Ja. Da klappt es auch zwischenmenschlich zwischen euch, oder? Ja, mega gut. Hab ich so ausgehört. Das war ja, glaube ich, so ein bisschen der Kritikpunkt, den er bei Stefan hatte, dass es einfach so menschlich nicht gepasst hat. Und nicht, weil der Stefan Idiot ist, weil die Leute ja immer sagen, das liegt dann am Stefan, weil der ein Idiot ist. Es passt einfach bei manchen Leuten so zwischenmenschlich nicht. Und dann muss keiner von beiden ein Idiot sein. Man muss aber auch dazu sagen, zum Beispiel, ich habe viel, viel weniger Athleten als Stefan. Ich habe letztes Jahr irgendwann, oder also Anfang letzten Jahres, hatte ich so zu meiner Höchstzeit 120 Athleten, die ich betreut habe. Mit dem ganzen anderen Scheiß, die ich gemacht habe, das ist mir über den Kopf gewachsen. Und da hat auch meine, da hat mein Coaching drunter gelitten. Da haben Leute warten müssen. Ich habe Leute vergessen. Ich habe Leute übersehen. Leute mal als gelesen markiert und so weiter. Und zwar, dass es mir nicht nur einmal passiert, dass es mir oft passiert, weil ich halt auch irgendwie noch andere Dinge zu tun hatte, die laufen müssen. Ich habe inzwischen nicht mal mehr 50 Athleten, die ich betreue. Und das ist auch gut. Ich will auch nicht mehr Athleten betreuen. Also ich nehme wirklich nur ganz vereinzelt Athleten an momentan, wenn ich sehe, dass die irgendwie Potenzial haben oder ich richtig Lust habe auf die Athleten. Und ich denke, ich kann denen gut helfen. Momentan ist so ein Großteil unserer Athleten betreuen Justin und Christoph. Justin macht einen unnormal guten Job. Der steht mir eigentlich in überhaupt nichts nach. Aber so diese Betreuungsqualität, die er bietet, die kann ich einfach bei der Menge an Athleten, die Justin betreut, nicht machen, weil ich irgendwie noch vier andere Firmen habe, die irgendwie auf mir basieren und für die ich irgendwie da sein muss. dann musst du halt mal sagen, wann Schluss ist, wann gut ist, weil nachher bist du auch kein guter Coach mehr. Ein Coach, die, also die Qualität eines Coaches zeichnet sich eigentlich darüber aus, ob ich jetzt 500 Athleten annehme. Ich könnte jetzt einen Aufruf auf Instagram machen und sagen, ey, ich habe 50 Plätze und die werden, nach 20 Minuten werden die weg. Ja, schön gut, dann habe ich mir irgendwie 100.000 Euro in die Tasche gespielt und dann, ja, also, schon gut, wie es läuft. Hi ihr Lieben, sorry für die kurze Unterbrechung, aber wenn ihr den Content, den ihr gerade anschaut oder anhört, feiert, dann solltet ihr euch unbedingt zu unserem E-Mail-Newsletter anmelden. Den Link dafür findet ihr unten in der Box. Als Dankeschön gibt es dafür nicht nur einen 10 Euro Gutschein auf eure erste Bestellung, sondern ihr bekommt reichlich mehr Wert in Form von exklusiven Insider-Infos, ihr erfahrt als erstes von Aktionen, Bescheid, Tipps und Tricks bekommt ihr an die Hand, die es sonst nirgendwo gibt und es lohnt sich wirklich, sich anzumelden, denn unser Newsletter ist nicht der typische 0815 Newsletter, wo es jede Woche einen 20, 30, 40 Prozent Rabattcode gibt. Checkt den Link unten aus, meldet euch an und jetzt geht es weiter im Programm. Warum gibt es so viele deutsche Athleten, die offenbar davon überzeugt sind, keinen Coach zu brauchen? Wir hatten jetzt Roman als Beispiel, wir haben Steve, wir haben sicher nicht noch viele andere, aber ich habe schon auch das Gefühl, ich habe die Frage ja nicht gestellt, ich gehe aber da schon ein Stück weit d'accord, dass es in anderen Ländern irgendwie verbreiteter ist, angesagter ist, sich wirklich einen Coach zu nehmen und das auch so zu akzeptieren, dass man vieles nicht selber machen kann und auch irgendwann nicht mehr sieht. Also ich meine, auf Amateurebene hat eigentlich jeder einen Coach. Wenn du jetzt mal auf eine Meisterschaft gehst, da ist kaum Athlet, der sich selber vorbereitet hat. Ich würde sagen, das ist sogar eher mehr geworden als weniger. Reden wir von Profis. Bei den Profis, ich weiß nicht, ist das bei den Profis tatsächlich so? Ich meine, wir haben Steve, der ist schon immer so irgendwie der Ausreißer, aber wir sehen ja aus der Steve, der wird auch nicht mehr wahnsinnig viel besser. Verstehe ich. Der hat auch schon mit Athleten, mit Coaches zusammengearbeitet und das hat halt einfach nicht gepasst. Beim Roman verstehe ich das, der macht das seit Tag 1 auf eigene Faust und der ist auch stolz drauf, wo er ist, obwohl er das alleine geschafft hat. Und Roman ist auch, es kennt auch niemand Roman so gut, wie Roman sich kennt. Dementsprechend kann ich das bei dem voll nachvollziehen und der Erfolg gibt ihm auch, gerade wenn man die letzte Saison anguckt, recht. Und ich glaube, Roman ist auch jemand, der sich objektiv bewerten kann, das können halt viele nicht. Aber der Typ, der lebt Bodybuilding 24-7, der ist auch ein laufendes Lexikon, der weiß alles, der hat alles schon ausprobiert, der ist so diszipliniert, das heißt, der kann auch eine Anpassung vornehmen und dann das nach den zwei Monaten objektiv bewerten, ob das was gebracht hat. Die allermeisten Athleten können das ja gar nicht. So. Ich stelle mir gerade das Szenario vor, wie Enrico Hoffmann seinen Ernährungsplan umstellt und nach zwei Monaten dann feststellt, ob er drei Muskeln mehr aufgebaut hat oder nicht. Das wird bei Enrico nicht passieren. Enrico, der isst, der geht los, der holzt und baut Muskeln auf wie einfach. Und das ist auch gut, aber der braucht viel eher mal jemand, der einen Blick drüber hat und mal alles ein bisschen sortiert. Ein Roman, was willst du bei dem sortieren? Da ist schon jeden Atemzug am Tag, den er macht, hat irgendeinen Grund. Enrico ist schon so ein bisschen ein gemütlicher, habe ich das Gefühl. So sympathisch gemütlich. Ja, normal. Enrico, aber ich, das ist auch so, das habe ich, früher habe ich das, früher habe ich das schlimm gefunden. Inzwischen denke ich mir, Enrico macht das eigentlich richtig. Ja. Der macht das richtig, der hat sein, der hat sein Familienleben, der, der, nicht so viel Kopf rein. Der macht sich nicht, der macht sich nicht verrückt, Alter, wenn der mal was essen will, worauf der Lust hat, in der Off-Season, ich sage ganz ehrlich, Enrico ist der beste Athlet, den ich habe, aber der ist auch der faulste Athlet, den ich habe, wenn es um Updates zum Beispiel geht. Also ich renne Enrico hinterher und frage mal so, wie siehst du jetzt eigentlich aus? Ja, da ist er gerade mit der Harley auf dem Weg zum türkischen Frühstück sozusagen. Ja, so, aber das ist völlig okay. Und dann bei dem, ich telefoniere mit dem mehr, als dass ich mit dem so schreibe und dann wird halt kurz die Situation analysiert und dann machen wir zwei, drei Dinge ein bisschen anders und dann läuft das auch wieder einen Monat und ich weiß ganz genau, wenn wir das nächste Mal eine Vorbereitung machen, steht er noch mit fünf Kilo mehr auf der Bühne, 100 Prozent. Hey, der hat sich den Bizeps abgerissen. Und hat nach vier Wochen schon wieder 20er gecurlt. Wie zur Hölle. Dieser Mensch ist nicht normal. Normalerweise läufst du zwölf Wochen in so einer Schlinge rum und danach fängst du an, das Ding mit Eigengewicht zu bewegen. Enrico nicht. Bei dem wächst das Ding in zwei Tagen wieder dran und das Teil, ich kann dir nicht sagen, welcher abgerissen ist. Ja, krass. Das ist verrückt. Wie reagierst du Stand heute auf Hate und wie hat es sich im Laufe der Zeit verändert? Sollte es sich verändert haben? Ja, also so vielleicht so zu Social Media Anfangszeiten ist man halt echt so ein bisschen unsicher und nimmt sich das irgendwie alles so zu Herzen. So einen richtigen Shitstorm hatte ich auch schon lange nicht mehr, würde ich sagen. Ich meine, so das letzte Jahr über war sehr positiv, was so berichtet wurde über mich. So ein bisschen so vom Saulus zum Paulus. Also da gab es ja gar nicht so viel, was ich irgendwie hätte einstecken müssen, zumindest so von öffentlicher Seite. Und ansonsten nicht so. Das ist normal. Ich mache jetzt inzwischen so lange YouTube, Social Media, dass du da Idioten unter Videos hast. aber es ist echt viel, es ist nicht viel. Ich kriege wirklich nicht viel Hate ab, obwohl ich viel Angriffsfläche biete und ich mir auch nicht groß Mühe gebe, die zu verringern. Aber ich mache einfach mein Ding und das mache ich die ganze Zeit schon und ich fahre damit echt gut. Ich glaube, die meisten haben auch keinen Bock auf das Echo und du bist ja so jemand, das hast du vorhin auch gesagt, dir macht es teilweise Spaß zu sticheln, dann weißt du, es kommt auch was zurück, aber du kannst dich da so reinarbeiten und da so drin aufgehen und ich kann dir das aus eigener Erfahrung sagen, ist ja nie cool, wenn du dann selber in diesem Beef mit involviert bist und die meisten gehen, glaube ich, lieber mit ruhigem Gewissen ins Bett, bevor sie dich anpissen, weil sie wissen, Sonntag kommt wieder der Most Hated Podcast und ich will ja eigentlich nicht unbedingt ein Teil davon sein. Richtig, das ist auch nicht so schlecht so, wenn man halt weiß, du hast letztens irgendwo, ich glaube, da ging es um den Sohn von, wie heißt der Coach? Chad Nichols. Genau, der Sohn von Chad Nichols und so nach dem Motto und bei einigen Leuten, da steht man halt auch nicht, weil man weiß, dann fängt man sich eine, das muss ja nicht unbedingt im physischen Sinne sein, dass in dem Fall, die wissen, okay Max, der hält nicht das Maul auf, wenn er weiß, dass er dafür vielleicht eine Abmahnung kassiert und dann überlegt man sich das zweimal, ob man mit dem jetzt öffentlich Streit anfängt, weil das zieht dann halt einen Rattenschwanz hinter sich her. Ist auch nicht so schlecht, wenn man den Ruf hat. Ja und dann ist dir langweilig und dann denkst du, ah da war noch mal was, Hurensohn 15 und dann hast du die ganze Zeit diesen scheiß Rabattcode irgendwie vor der Linse und wirst genervt und kannst die Leute gar nicht mehr so blocken, wie du sie eigentlich blocken müsstest. Das ist nervig. Ey, mein Podcast, den ich mit Alex mache, das mache ich mal wie meine Therapiesitzung. Ich weiß ganz, ich schwöre dir, ich hau da Dinge raus, da weiß ich, bevor ich den Mund aufmache, weiß ich, Alter, das ist Katastrophe, ich sollte das jetzt nicht sagen und ich sage das trotzdem, weil ich es einfach witzig finde. Es kitzelt. Ja, es kitzelt halt. Und dann lache ich mir den Arsch ab und morgen habe ich im Briefkasten wieder irgendwas, was ich bezahlen muss und denke mir so, das ist doch drauf geschissen. Im Endeffekt so, man muss auch ein bisschen Spaß am Leben haben. Kommt es häufig vor, dass du noch Briefe bekommst? Weil du sagst es, glaube ich, sehr selten. Also ist schon ein bisschen länger her, als so diese ganze NP und Sektgeschichte und so war, da kam dann schon ab und nach meiner Abmahnung, aber auch das hat mir das jetzt groß geschadet. Nee, ich würde, ich fand, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass wir eigentlich, haben wir ja NP so im Alleingang da bei uns im Podcast gekillt und das war auch gut für uns, so und dann haben die sich irgendwann, haben die sich einfach irgendwie davon und wieder erholt. Das hat mich voll genervt und vor allen Dingen hat mich genervt, dass die Leute das einfach irgendwie vergessen haben, was das für ein Laden ist. Das nervt mich immer, wenn die Leute so schnell Dinge vergessen, ja. Und dann kommt da so ein Christian Wolf an und erzählt genau dasselbe, was wir vor einem Jahr schon erzählt haben und jetzt sind die irgendwie tot. Und ich denke mir so, was ist das denn? Ja, und bei euch kann man davon ausgehen, anders als jetzt, dass bei diesem ESN Konglomerat so ist, dass ihr das jetzt nicht unbedingt gemacht habt, um euch selber besser zu stellen und viel zu verkaufen. Also ihr habt ja schon so eine intrinsische Motivation und das sehe ich auf der anderen Seite da nicht so ganz. Ey, im Endeffekt war das damals, das war Alex Krieg, weil der da bei denen weg ist und dem war das ein persönliches Anliegen und ich habe währenddessen einfach festgestellt, was für ein Drecksladen das ist und habe halt voll da reingehackt. Wir hatten eine so eine Szene, da hat Alex eine Abmahnung bekommen und hat gesagt, er darf nicht mehr drüber reden und dann habe ich im Podcast gesagt, nächste Abmahnung geht auf mich und habe voll reingehauen und ich musste 11.000 Euro zahlen dafür. Boah. Ja, also das waren wirklich teure 20 Minuten. Das ist doch so das Reudigste vom Reudigen, oder? Wenn du die Wahrheit über jemanden sagst, also ich habe sowieso grundsätzlich ein Problem damit, wenn du etwas Wahres sagst und jemand anders dann auf dich sauer ist, dass du es gesagt hast, dass er ertappt wurde, aber wenn er dir dann noch eine Strafe aufbrummt von 11.000 Euro, das ist so, also Reudiger geht es doch nicht, oder? Ja, ich habe sogar einen Gerichtsvollzieher vor der Tür gehabt wegen der Scheiße, weil die so getan haben, als hätte ich es nicht bezahlt. So, und dann dachte ich, ich dachte, mir fällt der Gesicht aus, der Ausdruck aus dem Gesicht. Und ich dachte, Alter, was wollt ihr? Eine Forderung von Rahimi hier? Ich so, nee, am Arsch, die habe ich schon vor ungefähr einem halben Jahr bezahlt und musste dem dann alles schicken und so. Ich dachte, ihr fändet mir hier gleich meinen Fernseher für so eine Kacke. naja. Triggert dich diese ganze Karabiner-Geschichte noch? Also der ganze Fragesticker, kann ich dir sagen, ist voll damit und ich bin ja mittlerweile so alt, dass ich mich oft frage, wann mit sowas mal abgeschlossen wird. Weiß ich nicht, ich habe vor allen Dingen das Karabiner-Ding. Hast du zufällig diesen Trailer gesehen? Wir sind ja im Moment, wir sind ja voll ins Trailer-Game eingestiegen. Das gehört auch so zu den Dingen, die mache ich, weil sie mir irgendwie Spaß bringen. Die bringen mir einen Scheiß, deswegen verkaufe ich nicht ein Produkt mehr. Aber es ist irgendwie lustig, so ein Ding zu drehen. Ey, ohne Witz, diese ganze Nummer, alles, was der Erde macht, es ist mir so wirklich furzegal. Ich habe mit dem Typen gar nichts mehr zu tun. Der hat sich als charakterlich so schwach bewiesen und dementsprechend, echt kackt euch nicht ein wegen Karabiner. Ich habe auch gar keine Lust, diese Geschichte mehr zu erzählen. Ich habe die 100.000 Mal erzählt. Da wurde sich die Hand gegeben, da wurde sich vertragen und dann wurde das wieder ausgegraben und es ist mir sowas von egal, Leute. Ich bin der Kleptomale, der einen Karabiner geklaut hat. Echt, fickt euch. Es ist mir so lachs. Ihr könnt ja aus Karma einen Karabiner in meinem Gym klauen und dann ist auch mal gut. Ich habe auch überlegt, ob ich meinen Gym zum goldenen Karabiner nenne. Das würde zu dir passen. Aus einer vermeintlichen Niederlage einen Sieg machen. Ich habe eine Zeit lang, ich habe danach Karabiner in meinem Shop verkauft. Aber du hast es eigentlich aus der Welt geschafft, deswegen muss ich dich gar nicht fragen, ob du dich mit den Protagonisten von damals noch mal in einen Tisch setzen würdest. Das hat wohl nichts gebracht. Weil ich habe mich mit dir an den Tisch gesetzt, war alles gut. Wir haben sogar zusammen wieder Content gemacht und so. Und dann wurde mir, dann ist da ein sehr charakterschwacher Mensch, dessen Chef das Maul aufgemacht hat und er sich dann nicht gerade gemacht hat, dazwischen gerutscht. Und seitdem, jetzt sollen sie machen. Wirklich, ich bin ein ganz großer Verfechter von Karma. und Alter, das sollen die alle machen. Wirklich. Ich halte meinen Kreis klein. Damit bin ich bisher immer am besten gefahren. Ich habe auch noch nie irgendeinen anderen Influencer gebraucht, um irgendwie relevant zu sein. Wenn man mal den Kollegen anguckt, den würde ohne mich tatsächlich nicht mal einer kennen. ich bin derjenige gewesen, der sein Video gepusht hat, ihm gesagt hat, welche Kamera er haben soll, der ihn hier nach Hause eingeladen hat, der ihn mit Tobias Hane bekannt gemacht hat, mit den Videos gemacht hat und so weiter. und jetzt bin ich derjenige, der seine Gym-Idee geklaut hat. Ich denke so, ah, okay, war sehr originell. Ich mache auch ein Fitnessstudio auf. Also Kreis klein halten, das kann ich auch jedem einen Tipp geben, weil das ist so mit der Grund, warum so viele Leaks passieren. Das ist ja dann, wenn man diese Leaks kundtut, also sei es jetzt ein Fabian Mayer oder wer auch immer, auch Tim damals. Ich weiß gar nicht, ob das immer so verwerflich ist. Ich würde einfach aufpassen, wem ich was sage, weil von mir gibt es solche Leaks nicht. Jetzt bin ich auch bei weitem nicht so relevant wie ein Tim Budesheim, weiß ich schon. Aber es würde auch, wenn ich relevanter wäre, solche Leaks von mir nicht geben, weil ich wüsste, wem ich das sagen kann und wem nicht. Und vorhin, Tim wusste dann nachher nicht mal, wo es irgendwie rausgedrungen ist. Das ist das Schlimmste. Da muss er sehr viele Leute erzählt haben. Also wenn ich so eine Information für mich behalten will und ich erzähle das tatsächlich einem und das kommt an die Öffentlichkeit, dann weiß ich auch von wem. Dann weiß ich zwar meine Freundin. So, genau. Dann gibt es wie immer auf Small daheim. Ja, ganz klar. Ganz normal. Wie kam es dazu, wenn wir schon da sind, dass du dein eigenes Gym aufmachen wolltest? Also du hast die Idee geklaut? Ja, genau. Ich habe die, ich bin der, es war nicht meine Idee, wieder geklaut, als diese Kleptomanie, die ist im Punkt. Das ist wie so ein roter Faden, der zieht sich bei mir. Ach, das aus mehreren Gründen ist das entstanden. Also zum einen bin ich auch unter die Gym-Besitzer gegangen seit Corona mit meinem Home-Gym, was sich denn da quasi ein bisschen vergrößert hat. Dadurch ist so ein bisschen so Geräteleidenschaft entstanden, sodass man sich angefangen hat, mal mit Geräten richtig auseinanderzusetzen, was ich auch cool finde. Und dadurch ist auch der, mein, mein Gerätehändler oder einer, von dem ich den Großteil meiner Geräte habe, mit dem bin ich quasi von Anfang Corona an gewachsen. Also ich habe quasi bei dem meine ersten Geräte gekauft und da hat der auch nur eine Garage gehabt und dann, ich habe das voll mitverfolgt, die haben sich hochgehandelt sozusagen und ich habe mein Gym gebaut und bei mir ist mein ganzes Business gewachsen und bei denen auch und man ist immer so in Kontakt geblieben, aber wir waren irgendwie, sagen wir mal so die erste Connection. Also ich habe quasi die ersten Geräte bei denen gekauft und so und die haben auch schon, die wollten schon immer ein Gym aufmachen. Das war eigentlich so deren, deren Ziel und ich habe immer gesagt, ich habe gar keinen Bock drauf ein Gym zu machen, weil ich habe auf diesen Verwaltungsaufwand keine Lust, es nervt nicht, ich will nicht in einem Gym arbeiten, das ist gar keine Option für mich. Und mit denen ist halt im Endeffekt so die Situation entstanden, dass wir, keine Ahnung, das ist, während wir uns irgendwann mal getroffen haben, dass wir gesagt haben, ey, lass uns Gym zusammen machen. Max, du kümmerst dich darum, dass das Ding voll ist, dass das irgendwie ein Anlaufpunkt ist, dass die Leute das kennen und so weiter und wir kümmern uns um die Geräte und um den Ablauf von dem Gym. So, und dann war das wie viele Dinge in meinem Leben sehr schnell beschlossen. und jetzt ist es so, dass ich, ich habe ja dieses Haus gebaut hier und so, ich habe überhaupt gar keinen Bock mehr hier zu wohnen, heißt ich benutze auch dieses Invictus Gym, was da hinten steht, das benutze ich eigentlich nicht, da stehen für, keine Ahnung, 100.000 Euro geile Geräte inzwischen drin, die zu schade sind, sie nicht zu benutzen und so ist dieser Gedanke relativ schnell entstanden, die haben, du hast ja auf dieses Video reagiert in den News, die haben ihren Showroom plus noch viele andere Geräte, haben die besten Kontakte, ich habe mein Equipment und so weiter und dann ging das ratzfatz, haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt, wir suchen eine Immobilie und dann geht es los. Wir haben zahle überhaupt gar keinen Plan, wie man ein Gym führt, aber wir machen das jetzt und das werde ich schön dokumentieren und festhalten mit allen Struggles, die es so gibt. Wir haben vorgestern gerade die Invictus Fitness GmbH gegründet, jetzt warte ich darauf, dass wir den Mietvertrag unterschreiben können, das ist soweit alles unter Dach und Fach und dann geht es los. Welches ist denn bisher, das deiner Meinung nach beste Gym in Hamburg? In Hamburg gibt es gar keine guten Gyms. Okay. In Hamburg gibt es halt nur Ketten, so Fit One, Fit X, da steht halt überall dasselbe drin, ist okay, solide. Dann haben wir halt diese zwei Oldschool Gyms, wir haben das Olympic, da steht nur Kacke drin und das Popeye, das ist ein bisschen besser, aber ist auch klein und nichts Besonderes. Es gibt noch Elbgym, aber das ist mehr so ein Wellness-Tempo mittlerweile. Hammer-Strengths scheiß und ja, sonst haben wir nichts Tolles in Hamburg. Also musst du gar nicht so geil sein eigentlich, um das beste Gym in Hamburg und Umgebung zu sein. Ja, du musst halt immer definieren, Beste, also Beste für Bodybuilder, Powerlifter und so, das ist halt unser Gebiet. Ich werde jetzt kein Meridian Spa mit einer Saunalandschaft, das ist mir scheißegal. Und ich finde das geil, weil das wird, das wird so ein Anlaufpunkt, zentral. Alex zieht gerade mit seiner ganzen Truppe dahin, die ganzen Influencer aus Hamburg werden da sein, viele Athleten von uns werden tatsächlich, sind im Umkreis und werden hinziehen. Ich habe ganz viele Leute, die wollen dahin und ich glaube, das wird wie, das wird wie so ein fucking Mecker. Ich will, dass es da auch gemütlich ist im Gym. Ich will, dass die Leute Bock haben, in diesem Gym zu bleiben. Ich will, dass das so ein Laden ist, wo du, wenn du einen freien Tag hast, dann tauchst du da morgens um 10 auf, trainierst und abends um 18 Uhr hockst du da irgendwie immer noch, weil du dich festgesappelt hast und da sind nur geile Leute, da werden nur geile Videos entstehen, da werden, wenn du Vitamin B in dieser Szene brauchst, dann wirst du dich in diesem Gym aufhalten. Wir haben einen Posingraum da, wir haben einen eigenen Podcastraum da, wir haben eine Physiotherapie da, ja, wir kümmern uns jetzt noch um so Kleinkram, um Solarien und sowas und halt einfach brutales Equipment. Ja. Was hältst du von diesen, ich sag mal, One-Brand-Gyms, wo nur eine Marke drinsteht? Das Hauptproblem, davon ist ja relativ easy zu erkennen, es ist ja zu vermessen, zu glauben, dass die besten Geräte alle von einer Marke kommen, das ist einfach nicht der Fall. Alle feiern zum Beispiel Gym 80, ich muss sagen, ich finde Gym 80 ist die, mit Verlaub, das, was die in letzter Zeit rausgebracht haben, ist der größte Schrott. Diese ganze pure Kraftlinie sind so ziemlich die schlechtesten biomechanischen Geräte, die mir in den letzten Jahren so untergekommen sind. Da würde ich sogar Heustgeräte bevorzugen, die alle klapprig sind. Also wenn du mal im Goldstrim in Berlin bist oder wo auch immer und dich mal in so eine neue Brustpresse gesetzt hast, dass da denkst du, welcher Idiot hat das Ding denn konstruiert? Die fühlen sich alle nicht gut an, die sind alle bombenmäßig verarbeitet, wiegen alle ungefähr drei Tonnen und fassen sich gut an, sind haptisch, schön, aber du trainierst einfach scheiße an den Teilen. Und wenn du jetzt ein Gym hast und sagst, ey, du bist ein Gym 80, denke ich mir so, ja, herzlichen Glückwunsch, du bist ein McFit. McFit maximal plus. Ja, genau dasselbe mit Hammerstrength. Hammerstrength hat 300 Geräte, davon sind 15 gut und die restlichen Geräte kannst halt in die Tonne treten. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, wirklich nur das, was wir nach unserem persönlichen Empfinden das Beste ist, reinzustellen, ohne Kompromisse. Mussten wir jetzt auch noch keinen Kompromiss machen. Wir suchen noch ein paar Geräte und dann läuft der Laden. Hast du noch ein Gym 80 Gerät da drin stehen? Äh, nee, nicht eins. Hammerstrength? Ja, ein paar. Schräge Brustpresse, liegende Brustpresse von Hammer finde ich gut. Ich finde die Dorian Yates Row von Hammer gut. Ich finde die sitzende Rudermaschine von Hammer gut. Kabelzüge und sowas, alles grundsolide, kann man gar nichts dran meckern. Wir haben von Life Fitness eng stehende Kabeltürme, die finde ich gut. Ich habe die Racks von Hammerstrength, da drin, die sind Bombe, weil die so, die sind halt, die kannst du halt gut nutzen. Du kannst die Bänke unten einhaken, du kannst verschiedene Attachments dran machen und so weiter. Die Plattformen von Hammerstrength sind gut. Das ist alles gut, aber ich muss da jetzt keinen Beinstrecker von Hammerstrength reinstellen, weil der ist halt Müll. Oder das schlimmste Gerät ist dieser liegende, platelodelt Beinbeuger. Wer zur Hölle hat dieses Kack-Ding entworfen? Gibt es irgendeinen Menschen auf diesem Planeten, der den gut findet? Ich weiß allgemein, so diese Plateloaded-Geräte sind teilweise sehr fragwürdig und Beinbeuger liegend, finde ich auch, den gibt es ja auch von GEM80 ein. Der von GEM80 ist viel besser als der von GEM80. Das ist viel besser, aber ich verstehe trotzdem die Berechtigung nicht so ganz. Ja, also dementsprechend schaut euch das Video an, da haben wir schon mal ein Preview über einen kleinen Teil der Geräte gezeigt. Wir werden, glaube ich, insgesamt so, ich glaube 80 oder 85 Geräte auf 1000 Quadratmeter haben. Wir haben über 20 Beingeräte alleine. Wann geht es los? Es ist schwierig, jetzt tatsächlich ein Eröffnungsdatum zu sagen. Ich gehe davon aus, irgendwie August. Okay, aber da sieht man, wie lange sowas dauert. Ja, wie gesagt, wir haben noch nicht ein Gerät da reingeräumt. Wir haben jetzt unsere, wir haben gerade vor zwei Tagen die GmbH gegründet. Jetzt warten wir auf die Bank, dann hast du Kontoeröffnung, dann musst du zum Notar, dann musst du in den Handelsregister Eintragung machen, dann wartest du ewig lange drauf, bis du deine Umsatzsteuer-ID bekommst. Mietvertrag musst du noch unterschreiben, vom Anwalt prüfen lassen. Das ist ein Bürokratieaufwand des Grauens. Dann hast du keine Versicherung für das Gym abgeschlossen. Vielleicht brauchst du eine Ausschanklizenz für das Teil. Wir haben jetzt morgen einen Termin mit Magic Line, die Mitgliederverwaltung machen, holen uns da Angebote ein. Also das ist wirklich, das ist nicht so, es ist nicht mal, wir machen kurz einen Gym auf. So einfach ist das nicht. Und da werden mit Sicherheit auch noch ein Haufen Probleme auf uns zukommen, von denen wir noch überhaupt gar keine Ahnung haben. Ja, Fakt. Deswegen, ich will mich da nicht so aus dem Fenster lehnen. Ich gehe mal davon aus, August, vielleicht kriegen wir es früher hin, wäre cool, aber ja, musst du auch eine Webseite bauen für das Ding. Musst irgendwie ein Werbekonzept dir überlegen. Die komplette Preisgestaltung, die haben wir mal so grob durchgerechnet, aber wir brauchen auch mal finale Zahlen, um zu wissen, wie viele Mitglieder brauchen wir, damit sich das Ding trägt und so weiter. Und bist dann nachher Nachbar von Alex, habe ich gehört. Richtig, ja. Der freut sich. Ja, ist zufällig entstanden. Wer trainiert gerade öfter, Alex oder du? Boah, ich glaube, wir trainieren einfach beide gar nicht. Geil. Harter Cut, aber trotzdem sehr wichtige Frage. Wie siehst du persönlich den Vergleich deiner Person zu Boston Lloyds und wie sehr hat dich sein Tod getroffen? Ich würde sagen, mir schmeichelt ein Vergleich mit Boston eigentlich, weil ich finde, das ist ein grundsolider Typ. Er hat natürlich offensichtlich ein paar Dinge in seinem Leben falsch gemacht, aber ich finde, der hat eigentlich die richtigen Werte vertreten, weil er hat brutale Ehrlichkeit vertreten, ist jemand, der überhaupt nie von oben herab war. Das Wichtigste ist dem immer seine Familie gewesen. Um die hat er sich auch gekümmert. Um die geht es, seiner Familie geht es übrigens immer noch gut. Also der hat, obwohl er aus dem Leben getreten ist, hat er die Vorkehrung getroffen, hat ein abgezahltes Haus gehabt. Seiner Frau geht es gut, seinen Kindern geht es, oder seinem Kind geht es gut, seinen Hunden geht es gut. Also dem menschlich irgendwas vorzuwerfen, finde ich ganz schwierig. Der hat Raubbau an sich selber betrieben. Kann man sagen, sobald man ein Kind in die Welt setzt, ist das vielleicht ein bisschen verantwortungslos, aber der hat auch mental einfach Struggle gehabt. Ansonsten super Mensch. Ich habe von dem viel gelernt. Ich wäre mit Sicherheit auch nicht da, wo ich jetzt bin, ohne Boston Lloyd. 100 pro. Ja, also, das ist meine Meinung zu Boston. Wart ihr zum Schluss noch in Kontakt? Nee, ganz, ganz wenig. Also wir haben zwischendurch immer mal ein bisschen Kontakt gehabt, aber nicht viel. Sehr schade. Ich war in einem Podcast tatsächlich mit Leo und Boston eingeladen, als die beide noch am Leben waren. Krass. Der ist dann leider nicht zustande gekommen, weil Boston verstorben ist. Ich war dann noch in so einer Gedenkgruppe mit Leo und den ganzen Jungs rund um Boston und habe dort, dann haben wir überlegt, ob wir noch so einen Gedenk-Podcast zu Boston machen und Spenden-Stream-Aufruf und sowas. Das habe ich alles mitgemacht. Dann wollte ich mich mit Leo in Pattaya treffen, als ich in Thailand war. Habe das dann abgesagt, weil wir länger auf Phuket geblieben sind und dann ist der paar Tage später gestorben. Also wirklich. Mit Toni habe ich auch ab und an mal ein bisschen Kontakt, aber auch nicht viel. Ja, schade, Alter. Die fliegen alle um, wie die fliegen. Traurig. Und Boston ist ja gar nicht an seinem, der ist nicht an seiner Nierengeschichte gestorben. Das war Aorta Dissection oder wie ist das? Ja, der hat so eine ausgebeulte Aorta gehabt und die ist geplatzt. Der ist verblutet innerhalb von ein paar Sekunden von innen. Da kannst du wahrscheinlich gar nichts machen, oder? Nee. Also selbst wenn da irgendwie drei Blocks weiter ein Krankenwagen steht, was wollen die machen? Das geht nicht mehr. Weißt du, wie geht der Aorta? Das ist so ein Schlauch. Da verlierst du innerhalb von drei Sekunden das Bewusstsein und dann machst du gar nichts mehr. Krass. Also ich glaube, es ist auch kein schlimmer Tod. Nee, wenn du es registrierst, ist es schon vorbei wahrscheinlich. Also ich glaube, da bist du relativ schnell weg. Und auch eine Frage, die dann eigentlich gut dazu passt. Überdenkst du deine Beziehung zu Tony Hughes jetzt nachdem Leo Longevity in Tonys Haus tot aufgefunden wurde? Nee. Also ich glaube nicht, dass Tony was damit zu tun hat. So, so gar nicht. Quatsch. Tony ist ein Schnacker, ne? Der sappelt auch echt viel Blödsinn, wenn der Tag lang ist. Ich glaube, das weiß er auch. Und am Ende des Tages ist das vor allen Dingen ein Geschäftsmann, der irgendwie seine Produkte verkaufen möchte. Aber ist auch ein lieber Mensch. Du kannst dich sehr gut mit dem unterhalten, ohne Scheiß. Ich denke, der wirkt sehr intelligent, muss ich sagen. Ist er auch. Ich habe immer so mit Tony ewig mal lang keinen Kontakt. Und dann gucke ich manchmal auf mein Handy und habe irgendwie so drei DIN A4 Seiten Text von ihm. Da hat er wieder irgendein Edible gegessen, hat einen leichten THC-Kreativitätsschub gehabt. Und dann hat er mir letztens, wollte er auch mit mir ein Podcast-Format starten, wo er mir über eine DIN A4 Seite nur das Intro erklärt hat, wie er da irgendeinen Comic machen möchte mit uns beiden. Und ich sage so, alter Thron, erzähl mir das nochmal, wenn du lüchtern bist. Ich habe gesagt, schlafe jetzt mal eine Runde. Aber mit dem hast du regelmäßig Kontakt, kann man sagen? Ja, ab und an. Was heißt regelmäßig? Ich habe gefühlt mit gar keinem regelmäßig Kontakt, außer mit meinen Mitarbeitern. Aber ja, wenn ich den treffen würde, dann würde ich mit ihm einen Kaffee trinken gehen. Wenn du schon mal finanzielle Schwierigkeiten gehabt haben solltest, wie weit ist es gegangen, will hier jemand wissen? Ich habe, glaube ich, in meinem Leben tatsächlich noch nie finanziell gestruggelt. Kommst du aus guten Verhältnissen, kann man sagen? Ganz normaler Mittelstand. Ja, aber dir hat es nicht an irgendwas gefehlt? Nö. Also ich habe kein krasses Leben gehabt. Aber mir hat es an überhaupt nichts gemangelt. Ich bin Einzelkind. Dementsprechend war immer viel Geld für ein Kind da. Aber ich war auch mit Sicherheit nicht verzogen. Also ich bin nicht derjenige gewesen, der immer so die neueste Konsole hatte oder so einen Scheiß. Hat mich auch nicht interessiert. Ich habe auch als Kind, ich habe nicht viel Wert auf Klamotten gelegt. Ich habe nicht viel Wert auf sonst was gelegt, was irgendwie teuer ist. Ich habe wie jeder Jugendliche irgendwann so meinen PC gehabt und habe, keine Ahnung, World of Warcraft gespielt, was mich 10 Euro im Monat gekostet hat. Also das waren so Dinge, die waren nicht für mich da. Und selbst nachher in meinem Studium und so, da habe ich dann zwei Nebenjobs gehabt. War ja dann schon mit Melli relativ früh verheiratet, die immer Vollzeit gearbeitet hat zu dem Zeitpunkt. Also ich bin immer gut über die Runden gekommen. Aber ich musste mir noch nie Geld leihen von jemandem. Und ich habe auch Glück gehabt, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen. Das ging ja auch relativ zügig, dass da Geld reingekommen ist. Also ich würde sagen, die größten Geldsorgen, die habe ich momentan. Obwohl ich noch nie so viel verdient habe, wie ich jetzt verdiene. Einfach weil die Summen, mit denen man hantiert. Und so, wenn du irgendwie auf einmal irgendwie sechs, sieben Mitarbeiter bezahlen musst. Risiken werden dann größer. Und du weißt, du brauchst jeden Monat mindestens, keine Ahnung, 35.000 Euro, damit du alle Leute bezahlen kannst. Das ist ein ganz anderer Druck, als wenn du denkst, oh fuck, am Ende des Monats kann ich mir meine Tüte Toast noch kaufen. Weil dann rechnest du dir nämlich mal aus, oh, wenn ich was dummes und gar nicht groß Podcastsache und die mich canceln und ich drei Monate kein Geld verdiene, dann sieht es auf einmal ganz finster aus. Und zwar nicht nur für mich. Also so viel Gedanken um Geld, wie ich es mir momentan mache, weil es einfach einen anderen Stellenwert hat. So viele Dinge, die ich mache, habe ich glaube ich noch nie gehabt. Aber dementsprechend, ich habe auch viel mehr Geld über, logischerweise. Wie hat sich allgemein deinen Lebensstandard verändert, wenn du es mit vor fünf Jahren vergleichst? Weiß ich nicht. Auch nicht doll. Ich fahre immer noch ungefähr genau dasselbe Auto. Mein Haus ist größer geworden. Von diesem Haus nutze ich gar nichts und es geht mir auf die Eier und ich werde das wieder verkaufen und in eine Wohnung ziehen. Es ist auch so, mein ganzes Geld, was ich habe, das steckt irgendwie in meiner Firma oder in mehreren Firmen. Ich zahle mir auch kein exorbitantes Gehalt. Also das, was ich privat nutze, ist, weiß ich nicht. Also ich bin nicht derjenige, ich muss mir nicht jeden Monat 20.000 Euro auszahlen und die auf den Kopf hauen. Was ist dein Luxus? Essen gehen. Ich würde sagen, das ist das, wo ich am unverantwortlichsten Geld ausgebe. Also ich, keine Ahnung, ich bestelle manchmal zweimal am Tag essen oder gehe, wenn ich unterwegs bin, zweimal am Tag essen und dann kann das auch mal ein Hunderter am Tag sein oder so. Und da kann ich natürlich auch Mealprep für 3,50 Euro machen, aber das mache ich dann nicht. Aber ich genieße das auch so, wenn du essen gehst und du sitzt immer mit Leuten zusammen. Das ziehe ich, das ist dann so meine Auszeit am Tag und dann darf das auch mal 100 Euro kosten. Ansonsten gebe ich wirklich für nichts Geld aus. Ich fahre kein teures Auto, ich habe, mein Haus kostet mich weniger, also ich habe zwar ein Riesenhaus, aber das kostet mich weniger als die Wohnung, in der ich vor vier Jahren noch gewohnt habe. Ja. War das, was du heute hast, vor fünf Jahren der Plan, irgendwann mal zu haben? Ja, grundsätzlich schon. Also vor fünf Jahren vielleicht noch nicht, aber vor drei Jahren auf jeden Fall. Hat mich das jetzt glücklicher gemacht? Geht so. Aber man macht das halt, das muss halt vorangehen. Bei mir ist es eher so, ich brauche eine Aufgabe. Ich muss irgendwas Sinnvolles machen, ansonsten gehe ich richtig ein. Das letzte Jahr war für mich nicht so einfach, also ich habe auch, ich habe mental so ein bisschen gestruggelt und so und meine Arbeit hat mich da voll rausgezogen. Also wenn ich nichts zu tun habe, dann bin ich einer, ich gucke die Wand an, bis ich depressiv bin. Das kann ich überhaupt nicht ab. Deswegen, ich arbeite lieber 16 Stunden am Tag, als drei Tage frei zu machen und nicht zu wissen, was ich tun soll. Hast du das für dich rausgefunden, was dich glücklich macht? Ja. Ich glaube, das ist unfassbar schwer teilweise, aber man muss sich schon ordentlich Gedanken machen. Es gibt schon Dinge, die mich glücklich machen. Also Produktivität generell macht mich glücklich. Damals so zu Bodybuilding-Zeiten ist immer so, es sind nie Dinge, die einen glücklich machen, wo man denkt, dass sie einen glücklich machen. Als mein Fokus war, voll der Bodybuilder zu sein, bin ich ganz ehrlich, Retro-Perspektiv ist das, was mich glücklich gemacht hat, ist, wenn ich morgens aufstehen konnte, mein Cardio gemacht habe, alle sechs Mahlzeiten am Tag gegessen habe und im Training auch noch überall eine Wiederholung mehr gemacht habe und ansonsten haben die ganzen verschissene Tage nichts gemacht und wenn ich dann abends ins Bett gegangen bin, dann war ich zu zufrieden. Das war gut. Dann bin ich, das ist glücklich sein. Wenn du dann noch irgendwie zwei nette Minuten mit deiner Frau verbracht hast, perfekt. Momentan sieht das genauso aus, wenn ich einen produktiven Tag habe, wenn wir irgendwas Sinnvolles geschafft haben. Das macht einen glücklich oder das macht einen zufrieden. Klar gibt es mehr Dinge, die einen glücklich machen, aber ja, das ist auch so ein bisschen, du musst halt eine Beschäftigung finden, die dich erfüllt. Hast du noch mal vor, richtig in Form zu kommen und eventuell sogar an einem Wettkampf teilzunehmen? Nee, Wettkampf werde ich mit Sicherheit nicht mehr machen. Ich muss sagen, ich bin die letzten fünf Jahre jedes Jahr mindestens einmal richtig gut in Form gewesen. Auch letztes Jahr war ich zwischendurch richtig gut in Form. Das wäre wirklich schade, wenn das das erste Jahr ist, wo das nicht der Fall ist, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht wann. Bei mir ist es jetzt so, zum Beispiel ich fliege Montag oder Dienstag fliege ich in die Türkei, habe nochmal Haartransplantationen. Stand jetzt habe ich eigentlich seit Januar nicht mehr trainiert und Dezember habe ich eigentlich auch nicht trainiert und November weiß ich nicht. nach der Haartransplantation weiß ich, zwei Wochen mache ich sowieso wieder gar nichts und dann fängt die Wettkampf-Saison an und dann ist eigentlich bis Ende Juni jedes Wochenende Wettkampf irgendwo am Arsch der Welt, heißt ich werde nur unterwegs sein. Und dann habe ich zwischendurch irgendwie noch eine Gym-Eröffnung und so. Also ich habe einen Umzug. Ich sehe es nicht, dass ich in den nächsten drei Monaten irgendwann mal sechs Wochen am Stück Zeit habe, vernünftig zu essen, zu trainieren und sonst was. Mehr brauche ich auch nicht. Mein Körper ist eigentlich sehr dankbar. Muskulatur verliere ich nicht so schnell. Die ist immer zack, zack wieder da. Aber um Fett zu verbrennen, brauche ich halt irgendwie schon eine strikte Diät. und das sehe ich irgendwie nicht. Bist du zufrieden mit deinen Haaren? Also würde ich nicht noch eine Haartransplantation machen. Brauchst du die hinten jetzt so? Ja. Aber vorne ist gut? Vorne ist so. Ja, jetzt liegen sie wie scheiße hier. Aber schon, es ist relativ dicht. Aber das geht schon. Ich habe hier vorne halt so eine Narbe. Da muss noch mal ein paar Haare mit hin und halt die Platte. Mal gucken. Also ich denke, das Ergebnis wird ganz gut. Kann man sagen, auf Bodybuilding bezogen, du hast so ein bisschen die Lust am aktiven Sport verloren? Ja, das ist halt, ich meine, was macht Spaß am Bodybuilding? Das Trainieren an sich, das ist ja nicht der witzige Part. Das ist gut aussehen. Ja, das ist gut aussehen und auch so dieser Progress-Gedanke. Na, so die Haken setzen. Also das ist zumindest das, was mir immer Spaß gemacht hat. So tick the box. Und wenn du weißt, du kannst jetzt sowieso, du schaffst das wieder irgendwie nur völlig unregelmäßig, mal hier ein Training und da ein Training und da ein Training, dann geht so ein bisschen der Witz an dem, warum wir eigentlich Bodybuilding machen, verloren. So kein Mensch hat Bock auf Schadensbegrenzung. Das ist nicht das, was Spaß macht. Spaß macht es besser werden irgendwie. Nichtsdestotrotz, also hat sich meine Mentalität dahingehend geändert, dass ich schon, ich kann auch, wenn ich unregelmäßig trainiere, habe ich schon an einem Training Spaß. Auch wenn ich da jetzt keine PRs reiße, das war ewig lange anders. Das zieht mich, mich zieht das auch nicht mehr runter, wenn ich in den Spiegel gucke. Alles gut, da stehe ich inzwischen drüber. Das war lange nicht so, aber inzwischen ist das so. Aber für mich wäre der perfekte Urlaub, wäre mal vier Wochen lang einfach trainieren. Da hätte ich schon richtig Bock drauf. Aber wie gesagt, das sehe ich nicht in nächster Zeit. Vielleicht, wenn alles läuft, wie ich mir das vorstelle, vor allen Dingen, wenn das Gym da ist und so, dann irgendwann muss man auch mal einen kleinen Step zurück machen. Aber momentan gibt es einfach so viele Dinge, wo ich will. Das muss laufen. Dann habe ich auch für dich, noch zum Abschluss eine letzte Frage, dass du mir noch was essen kannst und in deinen nächsten Podcast kommst oder in deinen Call oder was auch immer nachher noch ist um 21 Uhr. Ich habe es schon wieder vergessen. So viel haben wir geredet. Ja, mit Mathleten. Alles gut. Du bist ja jetzt mittlerweile schon mehrere Jahre dabei, mehrere Jahre in der Öffentlichkeit. Gibt es irgendwas, in welchem Kontext auch immer, was du bereust, fällt dir da spontan was ein, wo du sagst, wenn ich da einen Schalter drücken könnte, um etwas nicht gesagt oder getan zu haben, dann würde ich es machen. Ja, die sind Karabiner, ne? Nein. Ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich mag das öffentliche Standing, was ich habe. Damit bin ich ziemlich zufrieden. Das, was ich erreicht habe, ist gut. Bezogen auf Öffentlichkeitsarbeit, glaube ich, habe ich echt viele Dinge richtig gemacht. Ich bin auch jemand, der relativ unabhängig ist, was seine Content-Produktion und so angeht. Das machen wir alles selber, aus eigener Hand sozusagen. Alle Formate laufen gut. Mit Justin haben wir es geschafft, den quasi von null auch. War der eigentlich mal im Podcast bei dir? Der war schon da, ja. Auch lange Folge, glaube ich, geworden. Und trotzdem hat er am Ende gesagt, ich hätte jetzt noch zwei Stunden so weitergehen können. Jetzt bin ich gerade warm geworden. Das ist das Sympathische. Der kommt ja ganz nah bei mir aus der Umgebung auch. Der macht mich zum Beispiel brutal stolz. Also erstmal ist er ein wahnsinnig guter Sportler, aber den haben wir so aus dem Boden gestampft. Das war ein Arbeitstier. Das ist richtig schön anzusehen. Ansonsten weiß ich nicht. Echt alles, alles gut. Du bist schon so jemand, der sagt, das, was ich alles gemacht und gesagt habe, das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und das ist auch gut so. Ja, und es gibt auch nichts, was ich ehrlich gesagt, nichts, was ich jetzt über irgendjemand gesagt habe oder so, was ich zurücknehmen möchte. Also die 11.000 Euro an N.P., die hätte ich mir halt sparen können. Aber ehrlich gesagt war es halt trotzdem witzig. Muss man sich leisten können, den Spaß auf jeden Fall. So, ansonsten, ja. Ich weiß gar nicht, warum ich die zahlen musste. Ich glaube, ich musste die zahlen, weil ich gesagt habe, dass William bei N.P. weg wollte und bei Bigson schon einen Vertrag vorliegen hatte. Ich glaube, deswegen musste ich zahlen, weil das hätte ich nicht sagen dürfen oder so. Keine Ahnung. Naja. Und jetzt sind alle bei ESN. Ja, auch lustig, ne? Ja. Ganz komisch. Ich denke so. Naja, egal. Sollen sie mal alle machen. Ich will auch gar keinen Streit mit denen. Aber da soll sich jeder seinen eigenen Teil zu denken. Das glaube ich auch. Dem Lager. Ich glaube, der allergrößte Teil ist erwachsen und kann intelligent genug sein, um das alles greifen zu können. Ja. Das Internet vergisst halt schnell. Das ist das Problem. Jetzt auch gerade, wo Team Andro abgeschaltet wird, du musst ja sehen, was da auch so, klar, man guckt das nicht immer nach, aber man könnte schon so sehr viel noch nachvollziehen, gerade in diesem riesigen, ich weiß nicht, was ist das so, so ein Spam-Thread, den die da haben. Da ist schon super viel Info drin, was alles passiert ist. Da gibt es irgendwo so einen Foren-Klon, den sie irgendwo hosten. Bestimmt, oder? Die machen auf jeden Fall was Neues. Ich bin aber tatsächlich, müsste man fast überlegen, ob man dieses Team Andro Forum, wenn das geht, irgendwie runterlädt. Geht sowas? Ja, das geht bestimmt. Forum. Alter, wir haben mit Chat-GPT, wir haben mit Chat-GPT quasi einen Klon des gesamten Internets in der Datenbank. Da wird das auch möglich sein, so ein Forum zu spiegeln. Wir müssen nur schnell sein, oder man müsste nur schnell sein, weil die schalten das, glaube ich, morgen am Freitag um 17 Uhr ab. Man könnte wahrscheinlich Chat-GPT sagen, dass es ein Klon von Team Andro erstellen soll. Ja. So wichtig ist es mir jetzt auch nicht. Hast du sonst noch inspirierende oder einfach auch abschließende Worte an die Community, die du loswerden möchtest? Nö, vielleicht nochmal einen großen Dank an das ganze Garnikus-Team, weil ihr eure Berichterstattung also wirklich alles, was ich so an halbwegs sinnvollen Dingen von mir gebe, gibt es bei euch immer als erstes zu hören. Ihr seid mir auf jeden Fall sehr loyal gegenüber gewesen und nicht in den Rücken gefallen, wenn mich so der ein oder andere Kanal gecancelt hat, weil ich Dinge gesagt habe, die vielleicht nicht allen Leuten passen. Das wird auch so bleiben. Das muss man euch schon hoch anrechnen. Ihr seid ja immer wirklich sehr, sehr neutral. Was wir nicht sein wollen? Ihr wollt nicht neutral sein? Nein. Das haben wir aber jetzt auch schon oft gesagt. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ich habe schon echt so eine sehr, sehr gefestigte und starke Meinung, die ich auch sage. Ich meine neutral im Sinne von, dass ihr nicht, ihr ignoriert nicht Leute einfach. Ihr lasst nicht Leute aus, nur weil sie euch nicht passen. Nein. Jeder hat die Berechtigung. Du hast natürlich deine Meinung als Person und vielleicht auch als Unternehmen, aber es ist nicht so, dass ihr einfach so eine sehr selektive Berichterstattung habt. Das meine ich. Nein. Die Leute verstehen immer nicht, dass es Highlights sind, über die wir berichten. Und Highlights gibt es halt positive und negative. und du darfst halt nicht dich immer freuen, wenn positiv über dich berichtet wird. Dann haust du irgendwann mal was in die Tonne und dann wird negativ über dich berichtet, dann bist du beleidigt. Ja. Das geht halt nicht. Das finde ich halt nicht. Ich meine, ich habe gar nicht kurz nicht gepachtet. Wenn ich voll in die Scheiße greife, gehe ich davon aus, dass ihr das auch bitte so an den Mann bringt. Dann bist du sauer, wahrscheinlich auf dich selber und projizierst es dann vielleicht auch ein Stück weit auf uns. Verstehe ich schon. Aber wenn du dich dann so nüchtern nochmal zehn Minuten später oder drei Tage später hinsetzt und drüber reflektierst, sagst du auch so, hätte ich auch so gemacht. Ansonsten weiß ich nicht. Ansonsten alles gut. Ich freue mich auf die kommende Saison, die jetzt ansteht. Dieses Jahr sind wirklich viele coole Dinge geplant. Ja. Cool. Dann danke an alle Zuhörer. Ja. Danke an dich für deine Zeit. An diesem Donnerstagabend war sehr offen und sehr unterhaltsam wie immer. Ich denke, da könnte man, wenn man wollte, locker 25 Reels aus der Folge rausziehen. Und das werden wir auch machen. Ein paar auf jeden Fall, aber 25 nicht. Mach das. Eigentlich war es ja nur eine große Q&A-Runde, die wir hier gerade gemacht haben. Ja, aber das ist immer sehr passend für so Reels, weil du die Themen so ganz, ganz krass voneinander abgeschachtet hast. Eigentlich gar nicht unklever. Ja. War cool. Hat mich gefreut, Max. Danke für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Dann hören wir uns. Macht's gut. In diesem Sinne war's das mit einer weiteren Episode des Garnikus Podcasts. Macht's gut. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.